Es gibt keine gerade Karotten. Die gibt's nicht. Leute, holt's zusammen, sonst dauert's nicht mehr recht lang. Auf einmal tut's einen gescheiten Schäber da und dann graucht alles zusammen. Bauer to the People, der Podcast für Perspektiven rund um Essen, Menschen und Landwirtschaft. Weil nur durchs Reden kommen die Leute zusammen. Grüß euch. In dieser Bauer to the People-Folge haben wir mit dem Thomas Eichwald gesprochen. Der Thomas ist Küchenchef im Hotel Hubertushof in Felden am Wörthersee. Und wir erfahren sehr, sehr viel über den Beruf des Kochs, über den Thomas selbst und wie er sich auch über die Jahre verändert hat. Eine Kleinigkeit zu Bauer to the People. Ihr könnt uns unterstützen und zwar, wenn ihr auf die Website schaut, unter der Kategorie Unterstützt uns. Oder natürlich auch auf Facebook oder Instagram. Dort einfach liken, mitdiskutieren und vor allem auch teilen. Danke und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge. Das kannst du ja irgendwie auserstreichen. Ich habe gerade erst auf den Druck. Gott sei Dank. So, wir sind wieder auf Sendung. Du hast den Eingangsschmäh versaut, Geiger. Nein, ich habe ihm... Nein, wurscht. Grüß euch. Servus. 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 Thomas, und jetzt weiß ich ja, wie du hinten nachherst, Eichwald. Stimmt das? Super. Es steht auf seiner Kochweste, das ist voll unfair. Ja. Und initial noch dazu. Ein nettes Geschenk. MCM. Die Jahreszahl. Die Geburtszahl. Was heißt das? 1980. 1980. April 1980. Die Köche von heute tragen, wie ich sehe, auch slim fit, oder? Das ist richtig. Ja, das muss ja inzwischen auch ein Style. Wenn man mit Produkten arbeitet, sollte man sich eigentlich schon sauber anziehen. Und es gibt da tolle Sachen, warum sollen wir die nicht kaufen? Man schaut ja draußen an, dass man sich was Gescheites anzeigt. Da kann man es ja in der Küche genauso tun. Wir sind schon mitten im Thema. Mitten drin. Ganz kurz, wer wir wieder sind. Für den Fall, dass uns irgendwer noch nicht kennt, der uns schon kennt. Und die begnadete, kompetente, oder? Ja, Bianca, äh, Blödsinn. Doch, Bianca Blasen, a.k.a. Melange und Gummestiefeln. Jetzt hat der Willi sich selber aus dem Konzert. Und der Willi. Genau. Das hast du ja schon gesagt. Servus. Grüß dich, Bianca. Thomas, Servus. Danke, dass du heute Zeit hast. Gerne. Erklär uns ganz kurz mal, wer du bist, so in wenigen Worten, wo wir heute sind. Wir sind heute am wunderschönen Mörthersee. Ja. In Felden. In der Nähe von meinem Ort, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin in der Nähe von Felden aufgewachsen, in Augsdorf, ein bisschen oberhalb. Schaue eigentlich auf Felden ganz leicht runter. Subtil, subtil. Nein, gar nicht. Ich würde das eher so sehen, das ist so die Ruhe-Oase. Das ist der Gegenpol zu Felden, obwohl man eigentlich nur vier Kilometer fährt. So wie Ying und Yang ein bisschen, oder? Das ist definitiv Ying und Yang. Das sind zwei Welten. Und Gott sei Dank kann ich das Bessere aus beiden Welten mitnehmen. Das ist so vom Dings. Aufboxen da. Drei Kinder. Frau. Drei Kinder? Drei Kinder. Zwei Buben, ein Mädchen. Brav, brav. Jemand muss ja schauen, dass das weitergeht. Also es wird ja immer weniger, leider. Und die Zeit ist natürlich auch da. Und es ist ja drei Kinder, deswegen schau, schau, weil du ja einen Job hast, der relativ zeitintensiv eigentlich ist. Thomas, was machst du eigentlich? Was tust du denn? Und was ich mache, ich bin Küchenchef im Hubertushof Felden seit zwölf, dreizehn Jahren. Zwölf, dreizehn Jahre? Zwölf, dreizehn Jahre, ganz genau kann ich es nicht sagen. Ich war früher einmal schon im Hubertushof. Dann war einmal ein Gespräch. Es ist aufgekommen, dass sie einen Küchenchef brauchen. Aber damals war für mich persönlich oder meine Einstellung auch, dass man sagt, damals war ich noch jung. Für, ich glaube, 28. Es war damals einfach der Punkt, du kommst in ein Hotel, du arbeitest da einmal mit als normaler Koch. Du siehst den ganzen Ablauf und dann kannst du eigentlich, wenn man sich selbst halbwegs reflektiert, siehst, ob das jetzt was wird oder ob das nichts ist. Also diese Selbstüberschätzung war damals auf jeden Fall nicht vorhanden. Heitisch oder was? Ein bisschen. Nein, man ist dann auf die Saison gegangen und hat sich das einfach angeschaut. Man hat dann geschaut, dass man dahin geht, wo wirklich dann ein bisschen Druck dahinter ist oder jemand, der da zeigen kann, wie das Ganze funktioniert. Und da waren eigentlich immer gute Leute. Also man hat auch von den Leuten immer sich was abgeschaut und gelernt. Und so ist das dann aufgekommen. Aber das kann man jetzt nicht mehr vergleichen. Deswegen auch zur Ruhe kommen und dann sagen, okay, ich mache meinen Job und dann gehe nach Hause. Gehe am liebsten Rassenmähen am Nachmittag, das ist so für mich die Entspannung. Oder Motorradl fahren, um ein bisschen runterzukommen. Motorrasenmäher wäre der Kompromiss, oder? Haben wir auch, aber das gebe ich meinem Vater. Das ist für meinen Vater besser. Klingt schöner wie es ist. Ja, es klingt schöner wie es ist, ein Haus zu haben. Man muss da eigentlich doch relativ viel Energie reinstecken, wenn man es schön haben will. Wir waren zweimal schon bei dem 28. Lebensjahr. Wir wollen noch ein bisschen zurückgehen. Wir fangen nämlich immer mit unserem Podcast in der Vergangenheit an. Und wollen auch ein bisschen herausfinden, warum gerade du Kochmann bist. Ob das ein bisschen schon bei den Eltern angelegt ist oder gar schon bei den Großeltern. Oder war es so, wie wurdest du zum Koch? Was hat dich geprägt in deiner Jugend? Die Frage ist eine gute Frage. Danke. Vor allem, dass ich öfters gestellt werde. Bist du ständig im Podcast, oder? Nein, das ist mein erster Podcast. Aber dadurch mit der Radiostimme umgeblich wird das etwas öfters. Ich bin im Schulgang, ganz normal in der Hauptschule. Gut. Dann war die Frage, ich brauche das neunte Schuljahr. Dann hat es geheißen, ja, polytechnische wollte ich aber nicht. Gymnasium war auch nicht das so mein Fall. Und dann habe ich gesagt, ja passt, ich gehe ein Jahr an den Straßen und mache unten Mechanik, war das halt. Also das war für mechanische Berufe. Werkstatt, 3D-Zeichnen und das Ganze. Habe aber nach einem halben Jahr gemerkt, das passt, ist jetzt nicht das, was ich will. Ich bin nicht dieser Typ, der sich gerne irgendwo hinsetzt und alles nur in der Theorie. War nicht oft dann mehr in der Schule zum Schluss. Aber Werkstatt hat mich eigentlich immer getaugt. Und für mich ist dann ein Schluss festgestanden, ich will irgendwas mit meinen Händen machen. Die Berufung zum Koch, sage ich ganz ehrlich, mit 15, das weißt du nicht. Für mich war das damals einfach so, ich war gerne daheim und habe einfach geschaut, was ist alles in der Umgebung? Wo gibt es einen Lernberuf? Was würde mich interessieren? Kochen habe ich in der Hauptschule gehabt. War jetzt so Haushalt oder wie das geheißen hat. Hat mir gefallen. Ich habe gesagt, ja okay, probieren wir. Und damals war es so, das Casino Felden hat Lehrlinge gesucht. Und wie der Teufel will von, keine Ahnung, über 100 Bewerbungen damals, 1995, haben sie zwei genommen aus der Umgebung. Und dann hat das so angefangen. Also Casino Felden war der Lehrbetrieb. Und die Auswahl einfach wirklich so. Es ist wirklich, wenn ich heute über mich damals nachdenke, würde ich sagen, ich wollte einfach was arbeiten. Und ich hätte, glaube ich, ob das jetzt Elektriker, Fließenleger oder, keine Ahnung, Gartenpflege, war wurscht gewesen. Ich wollte einfach nur irgendwas arbeiten. Also ist es zufällig der Koch geworden? Ich glaube schon, ja. Schon länger her. Aber ja. Also es war nicht so die... Nein, das ist, wie sie alle reden, von wegen Berufung und Inspiration und Tot und Teufel. Nein, ich wollte einfach arbeiten. Ich wollte einfach mit den Händen was machen. Und dann war da... Und nicht sitzen und die... Nein. Sondern einfach eher laufen. Ja, ich bin generell der Typ, der eher zuerst arbeitet und dann denkt... Mittlerweile habe ich mir schon angewöhnt, dass ich mittendrin eine ein bisschen denke, bevor das Ganze eskaliert. Der Mann ist nicht sympathisch. Ja, ja. Aber grundsätzlich eher mehr der Praktiker als der Theoretiker. Das kommt auch mit der Führungsverantwortung wahrscheinlich auch. Nein, freilich, jetzt ist es anders. Aber damals war der Zeitpunkt einfach... Und es war eine prägende Zeit. Es war heute betrachtet eine sensationelle Zeit. Und da muss man sagen, danke für jeden, der damals da dabei war. Und das waren einige. Und die sind heute noch... Du sprichst von der Lehrzeit. Von der Lehrzeit, ja. Also du hattest eine positive Lehrzeit und eine gute Erfahrung gemacht. Ich hatte eine positive Lehrzeit mit sehr prägenden Erlebnissen. Zum Beispiel. Zum Beispiel, wenn man dir... Jeder glaubt, ob an einem gewissen Zeitpunkt, dass er fliegen kann. Und es ist aber wichtig, dass die Flügel ein bisschen gestutzt werden. Sonst fliegt man zu hoch. Und die Fallhöhe wird dann immer höher. Selbstbewusst am Anfang, oder? Und zu selbstbewusst, ja. Weil es einfach... Ja, es hat gut funktioniert. Es hat mir getaugt. Und wenn man etwas macht und man sich da einsteigert, dann wird man doch relativ schnell... Hebst du ein bisschen ab? Hebt man ein bisschen ab, genau. Beschreib das ein bisschen. Das ist interessant. Du hast die Lehre angefangen. Du bist am ersten Tag jetzt einmal hingekommen. So ist es. Die erste Arbeit war, 10 Liter Kübel Fruchtsalat schneiden und Kalamari putzen. Die erste Arbeit. Die erste Arbeit. Kann ich mich noch erinnern. Weiß ich ganz genau. Und ich weiß auch noch ganz genau, wie sie mir einen Kübel hergestellt haben und ein Sägemesser und gesagt, schneid. Ich habe vorher noch nicht wirklich viel mit dem Messer zu tun gehabt. Jetzt ein Sekunden hat mir aber gezeigt, das war wirklich noch so, dass man sagt, es war ein Lehrberuf. Du hast die Zeit gehabt, dass dir jemand etwas zeigt. Das ist im Gegensatz zu heute. Und dann hat das angefangen und wir haben uns nicht blöd angestellt. Der zweite Lehrling und ich. Also du warst geschickt. Wir waren geschickt. Wir waren geschickt. 100%. Aber um das Ganze ein bisschen runterzumhöhlen, haben sie da halt, wenn du einen Fehler gemacht hast, Knall hat gesagt, aus dir wird nie ein Koch. Vergiss das. Warum gehst du nicht einfach heim? Lass das. Du vergeudest unsere Zeit. Aus dir wird nie ein Koch. Und das hörst du, sag ich einmal, von drei Monaten bis ein Jahr, eineinhalb Jahre. Und dann, natürlich, wir sind mit dem Radl zur Arbeit gefahren und dann fährst du mit dem Radl heim. Bis zum ersten Hügel hast du einmal Tränen in die Augen gehabt, weil du nicht gewusst hast, was da passiert. Aber daheim hat die Mutter dann gefragt, ja, was ist? Und dann sage ich, ja, ist super. Das ist für dich, das war eine sehr prägende Zeit, wenn du von zu Hause weg kommst. Du kommst in einen Beruf, wo alles gestandene Leute sind, die wirklich sehr gut arbeiten, die in Tollehäuser waren, schon einen Namen haben und das Ganze. Du mit denen arbeiten darfst, sie dir was zeigen. Ist das was Besonderes gewesen? Das war was Besonderes. Das war damals ein riesengroßer Lehrling, ein Lehrausbilder. Das war damals noch der Herr Bull von und da war der Springer Peter, die haben damals auch schon zwei Hauben gehabt. Und auch die Leute, die drinnen waren. Es ist Reinhard Angerer, der erste Küchenchef, ist jetzt auf der Berufsschule in Villach der Direktor. Viele Leute, die damals Chef der Partie waren, also Postenschäfte, die Verantwortung schon gehabt haben, damit der Lehrling auch besser wird, sind zum Teil Lehrer in Oberwolanik in der Berufsschule. Also der Kreis fügt sich zusammen. Die Leute, die damals in diesem Umkreis waren, von denen, zwei haben eigene Lokale da in Kärnten, auch mit Hauben, mit allem drum und dran, wirklich gute Leute, drei. Also die Leute haben sich auch nie aus den Augen verloren. Und auch wenn du der Lehrling warst, du hast immer, der Respekt ist da schon gebrocht worden, du hast alles gekriegt von denen, alles. Also es ist wirklich, du warst mit denen genauso bis vier Uhr in der Früh unterwegs, obwohl du noch nicht volljährig warst. Sie haben auf dich aufgepasst. Es hat kein Bier gegeben, kein Alkohol bis 18 Jahre. Die haben dir alles gezahlt. Säfte, Essen, wurscht was. Und das Taxi nach Hause. Es war alles, also wirklich, es war so wie, heute würden Sie sagen, es war ein Bubble. Und das war damals auch ein Bubble, in der du dich bewegst. Und wo sie dir einfach wirklich was beibringen. Ich habe in dem ersten Jahr mehr gelernt, als die meisten heute, wenn sie, weiß ich nicht, sechs, sieben Berufsjahre haben. Das hört sich ein bisschen an wie so Zuckerbrot und Beitsch, weil du hast gesagt, wir werden nie ein Koch. Aber von dem ist jetzt wahrscheinlich das überstrebende, überbordende Selbstbewusstsein, wo du dann gesagt hast, nicht kommen wahrscheinlich, oder? Sondern wie entwickelt man trotz dieses Zustandes dann das Gefühl, man ist der Kind quasi? Weil du ja die Wertschätzung ja trotzdem gekriegt hast. Du hast, wenn du einen Fehler gemacht hast, ist ja das Knallhart besprochen worden. So einfach war das. Wenn du aber was positiv gemacht hast, hast du ja die Bestätigung gekriegt, auch von den anderen, und das waren bei Weitem bessere Köche, dass du ja auch was wert bist und dass du auch Hilfe bist. Und wenn sie dich dann einbeziehen in seine Arbeitsabläufe und und und, dann kriegst du ja Selbstbewusstsein. Und das wollte ich vorher sagen, du kommst von daheim weg, bist eigentlich mittendrin in der Pubertät, hast keine Ahnung von nichts, oder neue Welt, neue Leute, komplett durcheinander. Und dann kriegst du erst, sag ich von den Eltern weg, du kriegst erst dann ein bisschen einen Input, wie es wirklich ist, wenn du einmal auf eigener Fisch stehen musst. Und da war toll, dass das Leute waren, die dir nicht jeden Tag gesagt haben, wie super du bist, sondern dass sie dir wirklich auch erklärt haben, hey, das sind Probleme, das sind Sachen, das geht nicht. Und wenn du was zwei-, dreimal falsch gemacht hast, dann war das… Aber das heißt, du hast von zu Hause aus eine gute Kindheit, einfach mit einem gewissen Selbstbewusstsein schon in den Lehrberuf gekommen und die haben dich dann quasi mal aufgeholt, quasi nicht böse gesagt, aufgeholt, aber dass sie dann wieder richtig zusammenpicken für die Arbeitswelt. Danke. Ich sage das öfters und gern, meine Leute wollen das nicht hören, manchmal ist es wirklich so, da kommt jemand, bis du den einmal dorthin bringst, musst du ihm, so wie du jetzt gerade gesagt hast, du musst ihm zum Teil wirklich ein bisschen brechen. Nicht emotional zerstören, aber ein bisschen brechen, dass er einfach weiß, hey, es gibt Hierarchien, es gibt Strukturen und wenn wir das Ganze gescheit aufarbeiten, dann werden wir den größten Spaß haben und du wirst da was lernen. Und die letzten Jahre merkt man auch, der Erfolg gibt uns wirklich recht, wir haben ein tolles Stammpersonal, Service wie Küche, die Leute kommen gern wieder, auch selbst wenn sie aus dem Hotel ausscheiden, weil sie einfach am Freund oder schwanger oder woanders hingehen. Sie kommen wieder besuchen, man hat noch immer regelmäßig Kontakt damit. Das ist eigentlich ein kleiner Kern von dieser Maschinerie, Gastronomie. Das ist das. Aber wie schafft man es immer wieder, sich zu motivieren und du warst ja jetzt immer gekocht, du hast das gelernt und du hast das durchgezogen bis heute, wenn man immer und immer wieder hört, du schaffst es nicht. Ja, bis heute. Naja, es war ja so, du wirst ja dann auch dorthin geführt, also du merkst, okay, die Motivation ist aus dem gekommen, dass Erfolge einfach da waren. Schulische Erfolge. Berufsschule gut gemacht. Berufsschule perfekt. Französische. Alles. Ich frage dir deswegen so ein bisschen nach, weil ich höre, wie es zu steuern hat. Nein, Französisch, Italienisch, aber alles, das war halt berufsbezogen. Das war damals noch ganz anders, es ist auch anders geredet worden. Genauso mit den Lehrernsbildbewerben, mit dem Zeugs. Du bist ein 16-Jähriger, da war ich noch gar nicht 16, glaube ich. Das war im März. Da hat es die Gastin Klangford gegeben, da trittest an gegen Engländer, Franzosen und so. Das war richtig cool. Und dann natürlich... Da warst du dabei. Ja, das war dann der Punkt, wo sie sagen, ja, weil sie die einfach dorthin gebracht haben. Im ersten Lehrjahr. Ja, die haben die dort hingebracht. Die haben die aufgenommen und wenn sie gemerkt haben, es funktioniert, dann haben sie dann gesagt, hey, Bursche, komm, da fahren wir jetzt an. Wie schnell hast du kochen können? Weil normalerweise da der Lehrjahr drei war. Man lernt nie aus. Ich lerne heute noch kochen. Ja. Das ist so. Wie hat es angefangen? Mit was hast du angefangen? Was wären denn so die ersten prägende Erlebnisse? Ja, prägendes Erlebnis. Negativ prägend. Nein, oder zumindest negativ prägend. Es war während eines Abendservice, da haben wir ein Lachsfilet gemacht mit so einer Midebrotkrustein, also so einer Weißbrotkrustein. Und das war mal kurz nach dem, ich kann ja fliegen, kurz bevor du aufgeknallt bist. Ja, ja. Und dann haben sie gesagt, ja, machen, gemacht, angebrennt. Obwohl ich daneben gestanden bin und die Pfannen gehalten habe. Aber mit den Gedanken ganz woanders. Dann sagt er, zweites Mal passiert das nicht. Dann sage ich, nein, zweites Mal wieder passiert. Und dann hat er wirklich drauf gesetzt und gesagt, so und jetzt machst du das noch ein drittes Mal. Und wenn es ein drittes Mal passiert, dann gehen wir Löffel polieren. Da haben sie mir beinahe eine Woche aus der Küche rausgegeben. Hast du das ein drittes Mal noch zusammengebracht? Ja, da habe ich ein drittes Mal noch zusammengebracht. Dann habe ich eine Woche lang Besteck polieren dürfen. Und wie war es heute noch? Ich bin oben gestanden auf der Veranda draußen und Küchenchef entschuldigt. Da habe ich gesagt, es tut mir leid. Das war ein Schuss. Ob ich vielleicht wieder kochen und kommen darf, weil Gläschen polieren und Besteck polieren ist jetzt nicht unbedingt das, was ich machen will. Zumindest nicht dauerhaft und durchgehend. Nein, dann hat es funktioniert. Man schafft es eigentlich schon, wenn man sich selber ein bisschen motivieren kann. Und natürlich, der Erfolg gehört dazu zur Motivation. Aber es gibt eine negative Motivation, weil ich bin ein Mensch, es bringt mir nichts, wenn man jemand die ganze Zeit sagt, wie gut man ist oder wie super toll es ist. Von dem habe ich nichts. Wenn jemand sagt, wo ich ansetzen kann, okay, die Portion ist zu groß oder das passt nicht zusammen oder heute war es nicht so gut, warum. Das sind Sachen, was man einfach besser hinterfragen kann. Und das ist dann die Motivation, dass man einfach immer weitermacht. Das ist ein bisschen wie bei uns auch. Wir kriegen doch immer wieder sehr positives Feedback für unsere Arbeit und freuen uns auch sehr drüber. Und wir würden uns aber auch freuen, wenn uns wer mal sagen würde, was nicht passt. Ich frage, da ist immer, wie sagt man so schön, der Ton macht die Musik, wenn du jetzt einschimpfst und draufhaust. Aber man kann ja nur durch Feedback, wenn man so will, durch Kritik kann man ruhig sagen, ja, wachsen und lernen, oder? Das geht ja in die Richtung ein bisschen, oder? Kritik, wenn ein Mensch kritikfähig ist, wird er immer gleich bleiben. Und immer gleich mag keiner. Also das hast du auch lernen müssen ein bisschen so. Und das hast du auch in der Lehre. Das habe ich in der Lehre gelernt, das habe ich im ganzen Leben gelernt. Also wenn man sich mit Kritik befasst, beziehungsweise auch mit Feedback, dann funktioniert das schon. Ich denke mir immer so, grundsätzlich, ein Mensch wird sich nicht um 360 Grad dran. Also du kannst einen Menschen nicht komplett ändern. Ein Mensch ist, wie er ist. Ein Mensch passt sich an. Aber die Einstellungen, wie was sein sollte oder wie was ist, das bleibt in dir drin. Das ist nur immer die Frage, wie transportierst du das dann nach außen. Das hat sich geändert. Also ich war definitiv früher anders. Du bist auch gereift. Ja, ich rede jetzt mit meinen Arbeiter so wie mit meinen achtjährigen Buben. Das funktioniert super. Mit wem? Ich rede mit meinem Küchen-Stuff, genauso wie mit meinem achtjährigen Sohn. Das funktioniert super. Das heißt, du behandelst deinen achtjährigen Sohn wie einen Erwachsenen schon? Nein. So mittendrin. Die Kinder machen dann sicherlich ein bisschen ruhiger. Ruhiger, ja. Man weiß aber sehr ganz genau. Man sieht ja, wie dann die eigenen Kinder eventuell werden könnten. Und dann fangst du daheim, ohne ein bisschen das auf die Schiene zu bringen. Also so wie meine Eltern mit mir. Wir schauen, dass wir sie einbinden in Arbeitsprozesse. Wenn irgendwas ist, dass man ihnen zeigt, dass nicht einfach alles heitstag normal ist. Und es ist ja sowieso alles da. Und immer alles im Überfluss. Ach so, du meinst, das ist ein bisschen wie eine Führungsaufgabe. Das ist eine Führungsaufgabe, ja genau. Du wirst mitnehmen, sorgen, dann aber immer mehr die Ereignen, Freiheiten geben. Und man nimmt es auch von daheim, auch mit ein bisschen in die Firma. Und dort in der Firma das auch so spülen, dass man sich einfach ein bisschen losst. Ja, ja, ja. Nicht wie Kinder behandeln, sondern du nimmst dieses Lernen des Elternseins und des Vaterseins auch ein bisschen mit und kannst davon auch in der Führung profitieren. So ist es. Weil das ja wirklich ein Management ist. Und das passt ganz gut. Ich glaube, das ist eine gute Unternehmerschule auch. Definitiv. Also ich kenne es nur theoretisch, ich habe es noch nicht zusammengebracht, aber ich glaube, ich habe schon oft gehört, dass das gar nicht so einfach ist. Es ist herausfordernd. Schwierig. Jeden Tag gleich. Es ist eine Lebensschule. Wie gesagt, man lernt davon nicht aus. Und das war einfach das, was man mitbringt. Und das kann man zehn an den Jungen heiter geben. Das ist ja, dass man sich dann sagt, hey. Ja, was sind denn jetzt, was sind so die wichtigsten Grundlagen, die du auch damals gelernt hast, die du jetzt deinen Jungen, wie du sagst, mitgibst? Und hat sich das in den letzten Hausnummern 20, 25 Jahren geändert? Leider, ja. Also die Ehrlichkeit hat wirklich drunter gelitten. Kritikfähigkeit komplett, komplett, das ist komplett abhanden gekommen, weil ausgelernt damit, mit 18, 19 Jahren stellt sich als Chefdepartie hin, will 2000 Euro netto, will dann und dann frei, will ein Personalzimmer mit WLAN, Fernseher, mit allem drum und dran. Und wenn du ihn dann fragst, oder wenn du dann die Leistung gern hättest für das, was du zahlst, kriegst du genau gar nichts. Muss man als Koch nicht kochen können? Muss man als Tischler nicht mit einer Kreissäge umgehen können, ist das gleiche. Das heißt, das eine ist das Handwerkszeug? Das ist wichtig. Und dieses Handwerk, das ist leider abhanden gekommen. Da müssen wir da nicht drüber reden. Das Handwerk ist wirklich abhanden gekommen. Aber Ehrlichkeit, Kritikfähigkeit, Selbstbewusstsein gehört auch dazu. Man braucht keinen, der jeden Tag dir vorweint, wie schlecht es ihm geht oder was. Ich lebe das auch unten vor. Wenn so auf so einen Tag, so wie heute, ein blauer Himmel ist, wenn ich in der Früh aufstehe und bei der Türe rausgehe und ich suche die Wolken damit, die mich schlechter fühle, das ist ja nicht die Einstellung, mit der man arbeiten gehen kann. Ich gehe vor die Tür und sage, hey, okay, let's go. Und wenn dann die Fehler passieren und die passieren jeden Tag, dann bricht auch nicht die Welt zusammen. Und das hat auch dann mit dem Selbstbewusstsein zu tun. Inwiefern ist es deine Aufgabe, dieses Selbstbewusstsein, weil ich kann mich an meine Lehrer erinnern zum Beispiel, ich habe null Selbstbewusstsein gehabt und wir haben es nur gebrochen quasi. Aus meiner Retrospektive, ich bin halt dort liegen geblieben und habe den deswegen kochen, dann auch irgendwann lassen. Es gibt auch unsichere Menschen, die kommen nicht aus der Kernfamilie weg oder haben sonst ein Selbstbewusstsein mitgebracht. Inwiefern ist die Küche, ich weiß nicht, jede Küche gleich, aber inwiefern ist das dann auch der falsche Lehrberuf oder inwiefern ist es deine Aufgabe dann auch als Küchenchef, da so ein bisschen den Papa, weil man eine Familienrolle war, oder ist es die Härte, die man beibringen muss? Nein, es ist in der heutigen Zeit sicher so, dass du als Küchenchef eigentlich mehr Manager bist. So wie du sagst. Sag Familienpapa, stimmt auch. Wichtig ist, dass du schon die Probleme von seinen anhörst. Aber diese Probleme, und das sage ich ihnen auch immer, die haben wir eigentlich in der Firma nichts verloren. Man geht mit seinen in der Freizeit, besucht man eben eine Bauern oder geht am Abend noch was trinken und so. Und währenddessen redet man aber nicht über die Arbeit. Wir haben früher, wenn wir irgendwo hingegangen sind, immer über die Arbeit geredet. Alles zu Tode geredet, zu Tode getrampelt. Und nach drei, vier Bier fallen die Hemmungen und dann sagst du vielleicht ein falsches Wort und hast eigentlich den Menschen, obwohl du dich nicht verletzen wolltest, hast ihm was gesagt, was eigentlich, was ehrlich ist. Aber das war zu ehrlich für ihn. Aber das Feedback, der Ton nicht passt, aber der Ton macht die Musik. Genau. Die Message war vollkommen richtig. Aber halt zu ehrlich. Und ich bin generell ein Mensch, der… Das Herr hat es auch nicht weg, oder? Nein, ich mag das einfach nicht. Wenn jemand ein Problem hat, soll er reden. Aber du hast ja gerade gesagt, die Probleme sollen draußen bleiben. Also wie geht es das aus? Ja, Aussage. Ich diskutiere auch nicht in der Küche mit jemandem, wenn er ein Problem hat. Während der Arbeit? Nein, überhaupt nicht. Aber ist das in der Küche so wichtig, dass man das draußen hat? Weißt du, woher ich das kann? Das ist dieses Militärische ein bisschen. Das Hierarchische, weil du brauchst zum Beispiel, du fangst jetzt auch nicht, ich sage jetzt kriege, ja, Blödsinn, zum Diskutieren an, währenddessen du agieren musst, sondern das kannst du vorher oder nachher diskutieren. Aber ich denke jetzt zum Beispiel an die Küche, wenn da ein Geschäft ist, fangst du auch nicht, wann jetzt 200 Essen zum Kochen sind, an, drüber zu diskutieren, ob die oder die Art und Weise jetzt die Geschickte ist. Oder meinst du das? Genauso meine ich das. Ich meine aber das auch so, dass das einfach persönliche Probleme nicht während dem Abendservice, du kannst das eh nicht verhindern. Wenn die Oma gestorben ist und du gehst arbeiten, dann ist es einfach in der Firma drinnen. Dann federst du ihm ein bisschen ab oder probierst ihn halt ein bisschen aus der Schusslinie auszunehmen, dann macht er an dem Tag halt weniger. Das ist aber meine Aufgabe zum Schauen. Aber wenn jemand kommt und die ganze Zeit diskutieren will, während dem Service, das passiert nicht. Also es gibt eine Hierarchie. Und das Problem in der Küche mit dem Diskutieren ist dann, das herzt sich einfach auf und im Endeffekt verlieren beide das Gesicht. Der Chef genauso wie der Arbeiter. Warum sollte ich mit dir diskutieren? Wenn ich der Chef bin, dann tut mir leid. Das ist eh meine Entscheidung. Und wenn sie daneben geht, bin ich eh dafür verantwortlich. Es wird auch keiner von meinen Chefleuten, wenn was passiert, sofort auf den Koch gehen oder auf die Köchin. Sondern die kommen her und sagen, Thomas, was ist denn da passiert? Es wird immer zuerst einmal beredet. Und manche Sachen, wenn der Chef mich anspricht, habe ich die Sachen aber eigentlich schon geregelt, weil ich den Burschen dann nach dem Abendservice kurz gehe vor die Türen und sitze draußen und soll eine rauchen. Und dann redest du mit ihm über das. Also zeitnah. Also man muss das auch trennen können, einfach, dass man zum Zeitpunkt X einfach wirklich dann da ist. Und wir sagen immer so, die Türe da draußen, also die Türe, diese Eingangstüre, das ist so wie das mit Privat und Beruf. Ich erkläre es immer so, wenn ich bei der Türe rausgehe, bin ich privat. Ich kann es auch nicht ganz abschalten, habe ich auch lernen müssen. Wird es schwieriger, wenn man Chef wird, dass man dann außerhalb der Küche mehr immer in seiner Rolle bleiben muss? Also dass man da einfach immer auch außerhalb das ein Vorbild ist? Oder kann man da dann auch aus der Rolle fallen? Und zum Beispiel, was ist jetzt übertrieben gesagt, durch die Gassen wanken oder sowas, weil der Kunde mehr Mitarbeiter sehen oder übernimmt man das? Ist auch schon vorkommen. Aber nein, das bringt das Alter. Man geht gern wohin, aber irgendwo ist ein Container und so drinnen. Und das ist auch wegen Familie, weil es schaut halt wirklich blöd aus, wenn ich jetzt oben beim Casino beim Brunnen irgendwo liegen würde oder so, wirft ein Schatten auf den Hubertus. Du hast jetzt vorher gesagt, Ehrlichkeit, Kritikfähigkeit, Selbstbewusstsein, du nimmst eine Veränderung der Jugend wahr, weil sie sind ja auch selbstbewusster in dem Auftreten, wenn du sagst, sie sind weniger kritikfähig, sondern sie sagen halt, sie mögen das. Also das höre ich ganz oft von vielen Seiten, dass auch die Jugend durchaus selbstbewusst sagt, ich möchte das und auch Forderungen stellt. Wie hat sich das geändert? Es war so, früher, wenn du mit der Lehre fertig warst, haben eigentlich deine Lehrjahre begonnen. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Vollkommen richtig. Die Lehre an sich ist gut, dass du ein Basic kriegst, aber danach geht es eigentlich darum, dass du das Ganze aufschnappst und da von den Leuten mitlernst und da was abschaust und dann entwickelst du irgendwann einmal deinen eigenen Stil und das hat sich in der Hinsicht entwickelt. Damals warst du mit 20, 21, 22 warst du kein Chef. Also vom Kapusten-Chef. Da haben sie das eigentlich nicht zugetraut. Du warst ein Beikoch oder ein Jungkoch. So ist es komplett verschwunden. Das ist so wie beim Wetter. Es gibt keine Übergangszeit mehr und genau das kann man in die Dings auch reinnehmen, in die Lehre. Es gibt keine Übergangszeit mehr, keine Lehrzeit. Der kommt raus, hat die LAP und glaubt, er kann kochen. Die LAP ist die Lehrabschlussbrücke. Die Lehrabschlussbrücke. Und der glaubt, dass er eben kochen kann. Aber das Einzige, was der gesehen hat, ist maximal wie jemand im Fernsehen was zusammenrührt, weil es gut ausschaut. Aber keine Ahnung, warum das überhaupt so passiert. Wie war das bei dir? Definitiv anders. Damals hat es noch nicht so viel Fernsehköche gegeben. Ja, aber das ist ein guter, das heißt, was passiert da, warum? Die Jungen glauben, man wollte den Beruf glaube ich attraktiver machen. Man wollte sagen, dass ein Koch eine Wertigkeit genau so ist. Diese Wertigkeit, einen Koch dort zum zeigen und zum bringen. Und dann hat man eben angefangen, das Format war gut, wir machen das und zeigen einmal, wie das wirklich im Hintergrund abläuft. Und ich glaube, das ist ein bisschen in die falsche Richtung gegangen, weil jetzt glaubt jeder, wenn er fertig ist mit der Lehre, dass er sofort Koch ist, das stimmt ja nicht. Das heißt, normalerweise, also ich habe das Jahrstag gesagt, ich habe Kochen aufgewertet bevor das Ganze und ich habe immer gedacht, es ist eigentlich schade, dass ich in einer Zeit Koch gelernt habe, wo das einfach dieser Beruf noch nicht so aufgewertet war, weil der Beruf an sich in der Außenwahrnehmung hat ja durchaus eine Wertigkeit bekommen, das sind ja zum Teil Superstars und das färbt ja auch ein bisschen so generell auf das Berufsbild Koch ab. Genau. A, wie hast du das wahrgenommen in der Zeit? Hast du das gern gesehen oder hast du schon gedacht, ah, das hat mit der Realität nichts zu tun? Es hat schon mit der Realität nichts zu tun, weil die Sachen, was sie machen, machen sie ja in sinnebetriebe ja auch. Natürlich muss man es für die Quote ein bisschen schönen und so. Es sind ja alles gute Küche, keine Frage. Aber das wirft eigentlich für einen Jungen ein schlechtes Bild, weil der glaubt sofort, dass er das ist. Das ist das Fernsehen. Der glaubt, das Fernsehen ist die Realität. So ist es, aber das ist sie nicht, weil bis der überhaupt ins Fernsehen kommt, hat der wahrscheinlich 20 Jahre sein Leben in einer Küche verbracht und wirklich was gesehen und geleistet. Und das meine ich mit selbstbewusst. Der ist heute mit 18, 19, glaubt er wirklich, dass er kochen kann. Bewirbt sich irgendwo als stellvertretender Küchenchef oder mit 21 als Küchenchef und kriegt die Stölle. Aufgrund dessen auch, dass es nichts mehr gibt, weil wenn du heute wirklich, ich sage, handwerklich in einem halbwegs guten Betrieb gearbeitet hast, dann wirst du relativ leicht irgendwo genommen und das bringt einfach das ganze Gefüge auseinander. Weil es kann, du brauchst nichts mehr, es wirkt so, als ob du brauchst nicht mehr was lernen, damit du jetzt Küchenchef es schürt einfach sehr, sehr viele Erwartungen. Die Zeiten habe ich zum Beispiel noch nie aus Perspektive jetzt im Kopf gehabt. Es schürt einfach zu viele Erwartungen und nimmt ein bisschen so die Anforderungen des Berufs ein bisschen raus aus der Wahrnehmung. So ist es. Das ist ja ein Handwerk und ein Handwerk muss man lernen. Das kann man nicht in drei Jahren. Ja und vor allem üben, oder? Üben, genau so ist es. Jetzt hast du viel von Handwerk gesprochen. Wir haben uns das groß aufgeschrieben, und wir möchten ja auch zum einen, wenn es vielleicht junge Köche oder angehende Köche lernen, die sich das anhorchen. Oder einfach die Menschen da draußen, die verstehen wollen, was ihr da tut in eurer Küche. Was heißt gutes Handwerk beim Kochen? Was gehört da dazu? Was sind das die Grundlagen? Was wirst du sagen, wenn du das jetzt einmal zusammenfasst? Was ist gutes Kochhandwerk? Gutes Kochhandwerk? Ja. Wo fange ich da jetzt an? Ja genau, also reduzieren wir es einmal nicht auf irgendeine Schneidetechniken oder Teige zusammenrühren oder sonst was. Ich glaube, gutes Handwerk fängt einmal an mit guten Produkten. Das meine ich wirklich so. Wenn er weiß, wo die Sachen herkommen, wenn er weiß, wie das Ganze entsteht, ist das für mich schon, er ist in diesem Prozess Handwerk eingebunden. Es ist eine ganz andere Wertschätzung dahinter, wenn du etwas von einem Bauern kriegst und du musst dich wirklich einmal konzentrieren, und du kennst ja die halben Sachen nicht. Es gibt Leute, glaubt ihr mir, die wissen nicht, was eine Melanzane ist, die wissen nicht, was eine Karotte ist, die wissen nicht, warum bei einer Karotte das Grün noch drauf ist, was sie damit machen können. Die wissen nicht, warum beim Kohlrabi die Blätter drauf sind, geschweige nicht, was eine Kohlrabi ist. Die sind aber ausgelernte Kech und haben das aber noch nie gesehen, weil er einfach ganz eine andere Art von Handwerk gelernt hat, und zwar Systemgastronomie. Das ist alles schon beschriftet mit Nährwerttabeln, mit jedem Blödsinn. Das Einzige, was der als Handwerk hat, ohne abwertend zu sein, wirklich, es ist nicht abwertend, macht den Sacklauf und lehrt. Und Handwerk hat dann eben auch damit zu tun, dass ich mich damit befasse, wo kommen meine Sachen her? Wie kann ich sie verarbeiten? Was kann ich damit machen? Natürlich gehört Schneiden, Kochen auch dazu. Aber das sind eigentlich die Sachen, die dann mitlaufen. Aber dieser eigentlich vorgelagerte Schritt, dieses mit dem Produkt auseinandersetzen und wissen, wo es herkommt und was es ist, wird das gelehrt heute noch oder überhaupt? Die Frage ist, ob es heute noch gelehrt oder ob es heute erst geht? Ich glaube, es wird heute wieder gelehrt, weil man einfach meiner persönlichen Meinung 15 Jahre verschlafen hat. Also wir haben einfach wirklich wenig gut ausgeblöte Küche zum Schluss jetzt. Also die Jungen. Leider. Was haben wir 15 Jahre verschlossen? Ja, 15 Jahre verschlossen hast du einfach, dass wir mit gewissen Sachen einfach früher hätten wieder angefangen sollen, so wie jetzt. Also nicht nur das Regionale und so, das meine ich jetzt gar nicht, sondern dass man wirklich einfach mit frischen Sachen arbeitet, sich die Zeit da wieder nimmt, die Sachen jemandem wirklich zum zeigen. Also nicht erwarten, dass wenn jemand da hochkommt, dass der alles kann. das meine ich. Aber das ist auch dem geschuldet, dass der mit 22 einfach glaubt, dass er der Superstar ist. Aber das geht ein bisschen Richtung Handwerk und vielleicht sind diese Schneidtechniken und so, das möchte ich schon nochmal zurückgehen. Wenn du quasi die Basics, und sag mal bitte mal, was für dich wirklich die Basics sind, damit du dann das auch, was Neues, auch schnell lernen kannst, das meine ich. Sicher, Schneidtechniken. Wenn ein Praktikant von der Schule kommt und der hat sein zweites Praktikum und kann das Messer noch nicht gescheit führen, dann weißt du eigentlich, dass er im ersten Praktikum das nicht gezeigt kriegt hat. Oder er ist wirklich nicht so motiviert und dem taugt es einfach nicht. Wenn man es ihm aber zeigt und er kriegt das hin binnen einer Woche, dann weißt du, okay, eigentlich kannst du den abholen und dann werden wir ein bisschen mehr machen. Wir lassen unsere Praktikanten wirklich überall zurwe, weil ich finde, dass ein Praktikum aus Kartoffelschölen und Sachen verrammen und Kühlhäuser putzen kein Praktikum ist. Weil da kannst du nicht irgendjemanden davon überzeugen, dass er den Beruf Koch Kölner Tischler Maurer lernt. Das geht einfach nicht. Und du lernst ihm die Basics mit dem Schneiden. Du lernst ihm die Basics mit dem Organisieren von einem Platz. Also dass er wirklich so ein kleines Management schon für sich hat. Dass er eine kleine Welt in einer Welt für sich hat. Bleib mal. Was meinst du mit einem Platz, das Management? Dass er sein eigenes Brett hat, dass er seine eigenen Messer hat, dass er gescheit angezogen ist, dass er sich wohlfühlt, was er tut. Und dass er dann auch dieses Selbstbewusstsein kriegt, wenn du ihm lobst vom Schnitt, wie er das Ganze gemacht hat, wenn er was anrichtet, dass es schön ist. Dass du ihm einfach auch Sachen zutraust, die er vielleicht noch niemals im Leben gemacht hat. Und dann geht es weiter. Du nimmst ihm am Anfang meistens auf einen Platz, wo er sich nicht wehtun kann. Das heißt, eher kalter, also Gartenmaché, Salatplatz oder bei den Desserts ein bisschen, wo Schneiden dazugehört, aber jetzt nicht die Haupttätigkeit ist. Du schaust, dass du ihm von den Wurstmaschinen, von jedem Rührgerät irgendwie ein bisschen weghaltest, weil das einfach gefährlich ist. Nach wie vor. Nach wie vor. Das hat sich leider nicht geändert. Der Messer ist immer noch scharf. Der Messer ist noch scharf. Ein Rührwerk sollte man bitte nicht die Hand einhalten, wenn es dreht. Oder glauben, dass man ein KitchenAid mit der Hand oberstoppen kann. Das funktioniert leider noch immer nicht. Hat damals nicht funktioniert, wird nie funktionieren. Haben alle probiert, ne? Alle probiert. Genauso wie sie zum Teil, wenn sie glauben, dass sie im Stress noch immer laufen müssen. Das ist der größte Plätzchen, weil sobald einer läuft, geht er vor die Tee fünf Minuten nachdenken, warum er das jetzt gekommen hat. Nicht fliegt er, sondern Gefahr vom Sturz, dass du rein rennst. Und dann lässt du ihn zu werden und sagst, okay, du machst den nächsten Schritt, holst ihn da auf ein anderer Metier oder auf eine Soße, zeigst ihm, was ist wirklich Fleisch? Wie parierst du ein Fleisch zu? Das heißt schneiden, oder? Parieren ist zuputzen, ja. Wie macht man ein Schnitzel? Man nimmt ihn dann selber zur Hand und sagt, hey, schau, heute machen wir zusammen Mitarbeiteressen. Du machst den Schnitzel. Hat er noch nie gemacht. Okay, du zeigst ihm, wie ist es parieren und glaubst mir, ein 17-Jähriger oder 18-Jähriger weiß heute wirklich nicht, wie ein Schnitzel pariert wird. Oder wenige. Richtig pariert. Richtig pariert. Und wenn sie dann das machen, dann kommen sie einfach ein. Sie haben dann ein Gefühl beim Herd, wie funktioniert das mit den Pfannen, wie geht das mit der Temperatur. Es steht jemand daneben, erklärt mir das genau und dann macht er das. Wenn er es gut macht, dann gibst du ihm am nächsten Tag wieder ein bisschen mehr und dann gibst du ihm wieder ein bisschen mehr, bis er einfach sagt, okay, oder du merkst ja dann eh, jetzt ist dann der Punkt, wo die Aufnahmefähigkeit, wo einmal voll ist das Glas, dann musst du ihn halt wieder ein bisschen zurücknehmen. Dann gibst du ihm frei, dann redest du einmal ein bisschen über das. Also man kann das schon, das ist Motivation und dann werden sie selbstbewusster, weil am Anfang kommen sie wirklich und er glaubt, er kann einfach nichts. Der macht sein Praktikum, er muss es tun von der Schule, so kommen sie. Aber das ist ja nicht der Fall. Die sollen ja wirklich was sägen, also das tun sie. Und das mit den 15 Jahren ist dem, ich glaube, die Gastro hat sich jetzt an Halbwegs gefangen, dass man einfach den Weg wieder geht, dass man den Leuten mehr zeigt, dass man die Erwartungen als Hotel, Restaurant oder als Chef muss man jetzt wieder nach unten schrauben, weil ein Junge mit 20, 21 ist kein fertiger Koch. Das wird da nicht sein. Das gibt es nicht. Weil einfach kein Betrieb, Heidstock, mehr so viel Leid einstellen kann, dass wirklich jemand neben ihm ihm wirklich genau zeigt, um was es geht. Ja, ja. die Probleme zum Lösen. Ja. Weil wenn etwas auf Schiene ist, das kann jeder. Das ist wirklich kein Problem. Ist das so ein bisschen diesen Convenience-Trend auch zu schulden, dass man gewisse Sachen einfach nicht mehr gelernt hat? Das sind diese 15 Jahre, wo du sagst, also Convenience, also eher das Arbeiten mit immer mehr Verarbeitungsschritte aus der Küche raus in zu Fertigprodukten oder zu Teilfertigprodukten. Aus der Küche raus dem geschuldet, dass man einfach immer mehr Personal entspricht. Kostendruck einfach auch, oder? Kostendruck sicherlich, ja. Dass du einfach dann schauen musst, du hast dann zum Teil auch wirklich keine gescheiten Küche mehr gefunden. Dann musst du sie entlasten, weil du kannst sie nicht sieben Tage die Woche. Warum hast du sie nicht mehr gefunden? Weil der Beruf auch nicht attraktiv war, oder? Das ist einfach immer unattraktiver geworden für die Leute. Aber wie ist das heute? Weil es ist ja jetzt gerade so, dass man überall hört, dass händeringend nach Köchen, Servicepersonal generell in der Gastro gesucht wird. Ja, dazu muss man sagen, es wird generell händeringend nach allen Fachkräften gesucht, weil einfach auch, das meine ich jetzt auch mit diesen 15 Jahren oder 20 Jahren, wo ich angefangen habe zum Kochen, hat es immer geheißen, du hast eine Matura, du musst das, du musst studieren, studieren, studieren. Super. Jetzt haben wir so viele Studierte und keine Arbeiter. Heute als ein Facharbeiter und egal in was für einem Beruf. Wenn du das gut machst und gern machst, garantiert er, dass du wahrscheinlich mehr verdienen wirst als jemand, der einfach ein Pflichtstudium durchdruckt und dann meint, jetzt ist er Psychologe oder BWL, weil so viele Jobs gibt es gar nicht. Man braucht da wirklich Arbeiter. Und das war damals wirklich der Punkt von meiner Schulklasse genauso. Da sind so viele studieren gegangen und es waren keine Arbeiter und das ist ja nachher immer weitergekommen. Und die, die, die was damals, jetzt, heute sind wir 40, die, die was damals mit 20 von mir als Kinder gekriegt haben, die haben den Kindern ja gesagt, du geh studieren und geh studieren und du das, es sind einfach keine Facharbeiter mehr da oder wenig und das ist in jeder Branche. Warum ist diese Lehre und die eigentliche, die Arbeit deiner Meinung nach so schlecht ist, so entwertet worden? Weil der Lehrberuf ist ja auch... Ich weiß es nicht. Auf das kann ich keine Antwort geben. Weil ich finde, dass ein Lehrberuf, wie gesagt, wenn du was mit den Händen machen kannst und du willst das, warum gehst du nicht lernen? Die Option Lehre mit Matura ist perfekt. Ja, genau so ist es. Aber das hat er erst vor ein paar Jahren angefangen. Das heißt, von dem zehren wir erst in fünf Jahren. Und bis dorthin wird es leider einige aufstellen, weil sie einfach kein Stuff mehr finden. Und die, die, die es durchdrucken, die werden dann wieder richtig gute Leute haben. Merkst du ja leicht sagen, dass da jetzt wieder ein bisschen ein Rückwärtstrend, Rückwärts ist ja zu blöden, ein Vorwärtstrend und ein Rückbesinnungstrend kommt, dass die Lehre wieder an gewissen Stellen wird? Ich hätte es nicht so gemerkt. Nein, ich finde, dass es noch zu wenig ist. Es ist, wie gesagt, hast du gewusst, was du mit 15 machen willst? Nein, ich habe auch gewusst, aber ich würde gar keine gleiche gesagt haben. Oder hast du gewusst, was du mit 16 oder mit 17 studieren willst? Nein, same game. Siehst du, genau das sind aber diese Fragen, die sich jeder 15, 16, 17 oder 20-Jährige stellt. Das Problem, das Schwierige ist, dass es sicherlich Leute gibt, die mit 25 noch nicht wissen, was sie wollen. Ja. Und das ist es. Und wenn ich aber, wenn ich mit 15 zu einer Entscheidung gedrängt wäre, woher soll ich denn die Entscheidung, wie kann ich das mit 15 zum Beispiel treffen? Und wie kann ich die Entscheidung dann mit 25 treffen? Es ist spannend, weil du hast gesagt, es sind jetzt so viele, die glauben, sie sind die Fall Heroes und die Superstars, machen die Kochler, weil sie haben im Fernsehen gesehen, so lässig. Ich auf der anderen Seite kriege sehr viel mit und es wird auch sehr viel kommuniziert in die Gastro, geh nicht, weil das ist für Hocken, das ist anstrengend und das wird beschissen bezahlt. Was ist mit denen? Finde ich nicht. Natürlich, den Kollektivlern haben sie ein bisschen verschlafen. Natürlich passt mann hier nicht, aber das passt, es gibt keinen Beruf, wo es überall passt. Und es ist überall für Hocken. Willst du jetzt im Sommer zum Beispiel Zimmerer sein und auf dem Dach draufstehen? Oder willst du Spengler, du kannst nicht einmal jetzt ein Dach hinauf machen, weil es so heiß ist. Wir wissen übrigens, dass ihr eine klimatisierte Küche habt. Dementsprechend. Nein, man sagt mit voller Hosen es geht schicken. Nein, du hast schon recht. Es hat ja alles seine Seine. Wenn ich will, kann ich jeden Lehrberuf schlechtreden. Genauso wie ich jeden Beruf schönreden kann. Aber was ist dann für dich so der Kern des Kochseins und warum machst du das immer noch? Warum? Weil ich finde, dass es nichts Schöneres gibt als mit Leuten etwas zum Schaffen und jeden Tag aufs Neue. Und diese Arbeitszeit, die Arbeitszeit, das nimmt man, das gewohnt man sich daran? Oder du machst jetzt einen Teiler? Das war ja mein Horror, mein persönlicher, die Nachmittagsstunden, da habe ich nie was machen können, außer vielleicht an meinem Podcast. Aber gewohnt man sich daran einfach mit der Zeit oder ist das eine Einstellungssache? Ich glaube, war das. Und das ist auch nicht, man darf nicht so sagen, es sind gewisse Sachen, es gibt Betriebe, das sind einfach ein paar schwarze Schoff, die wird es immer geben, aber alles schlechtreden, dass es schlecht bezahlt ist und tot und teufel stimmt nicht. Ich finde, dass man in der Gastro tolle Leute kennenlernt, dass da Freundschaften entstehen, die bei Weitem länger dauern als sonst, weil wir verbringen zum Teil in der Küche mehr Zeit als mit der Frau, also ich mit meiner Frau oder wir untereinander und das ist ja wie eine zweite Familie und genau so sollte man das auch sehen, aber das geht in einer Küche leichter als jetzt auf ein Loch oder im Service oder wie immer. Das ist ein Vorteil von der Küche eigentlich? Das ist ein Vorteil von der Küche, weil du einfach wirklich jemanden hast zum Reden, wenn du was brauchst, verstehst? Du brauchst nicht irgendwie lange jemanden suchen, sondern du sagst hey Thomas oder hey Alex, du hast kurz Zeit, ich muss kurz was loswerden. Dann gehst du mit ihm vor die Tür und redest drüber. Über die Grenze? Über die Grenze vor die Türe, nicht in der Küche. Ja, ja. Aber und Arbeitszeiten, wie soll man das erklären? Der Gast will den ganzen Tag bewertet werden und du musst den ganzen Tag abdecken. wenn du von 7 bis 23 oder 24 Uhr in dem Sinne ein Geschäft hast vom Frühstück bis Bar, dann hast du entweder die Möglichkeit einen Mitarbeiter einzustellen, mehr, was aber nicht lukrativ, nein, das geht einfach wirtschaftlich nicht. Man kann nicht so blauäugig sein, das geht nicht. Oder man lässt die Leute mehr arbeiten oder man findet eine gute Mischung, dass man einfach sagt, okay, man grenzt das ein bisschen nachmittag ein kleinere Karten, am Abend machen wir wieder normal. Wo vielleicht der Lehrling dann schon kochen darf, oder? Genau so ist es, dass du dich einfach dann zu beholst und einfach sagst, hey, ich gebe dir das Vertrauen, kochen, mach, dass man sich ein bisschen abholt. Also es ist nicht diese Horrorszenarien, wie sie überall gesagt werden, muss ich ganz ehrlich sein, das ist von den Medien ein bisschen hochgepusht, weil sie jetzt ein Sommerloch haben, weil sie nichts über die Politiker zum Schreiben haben. Das ist wirklich so. Was für, aber dennoch einmal, es hat gewisse, gewisse, Besonderheiten der Beruf, was würdest du jetzt, jetzt bist du auch schon alt, was würdest du jetzt einem Jungen mitgeben, oder wenn er sich überlegt, ob ich es mache oder nicht, was sollt er für Eigenschaften mitbringen, auf was sollte er wirklich einstellen, oder sie, wenn er diesen Weg wählen möchte? Zuerst, es ist ein langer Weg, wenn er ihn durchzieht, wird er sehr gut entlohnt, hat seine Freizeit, kann sich die mit der Familie daneben leisten und alles. Ich würde ihm sagen, ich würde ihm sagen, hey, ich bin mir ziemlich sicher, wenn du gern isst oder gern gut isst, dann wirst du nirgendwo anders die Möglichkeit kriegen, so viel Sachen zum Segen, dich selbst so auszumtoben, kreativ zu sein und so viel Leid kennenzulernen. Also wenn du nicht Leitscheid bist, ist die Gastro eigentlich wirklich eine tolle Familie. Also Leitscheid, du hast nicht gesagt, Leitscheid brauchst du nicht sein. Leute scheuen sollte man nicht sein. Also sollte man nicht sein, nein. Und dann, wie gesagt, man lernt einfach genug. Welche Eigenschaften, Persönlichkeitseigenschaften braucht man noch? Also Leitscheid, ja. Offen, kritikfähig und ehrlich. Ja. Belastbar, wollen wir noch. Aber ich finde es, die Frage ist, was ist belastbar. Ich finde es echt spannend, also jetzt jedes Mal, wenn wir davon sprechen, was ein Koch oder eine Köchin mitbringen muss, zwar nicht einmal kochen dabei. Kochen lernt man. Das ist ein Lehrbüro. Das ist ein Lehrbüro. Du lernst nie aus. Jetzt rede ich auch schon. Nein, aber du, ja, wie gesagt, wenn du 16 bist oder 18, es ist eine Einstellungssache. Ich bin mit 18 kein Koch. Ich bin fertig mit der Lehre. Das ist aber schon alles. Und wenn ich in einem Betrieb gelernt habe, wo zum Beispiel mehr Convenience verbraten worden ist, dann werde ich nicht wissen, wie ein Kaffiol zubereitet. Oder werde ich nicht wissen, wie jetzt ein Stück Fleisch von einem Bauern zerlegt. Wie hast du dich denn da im Laufe dieser Jahre entwickelt? Hat sich bei dir da was geändert? Warst du immer der, der gesagt hat, vom Bauern? Nein, definitiv nicht. Wie war das? Ja, du kriegst einfach mit, dass du, im Lehrbetrieb ist auf jeden Fall so verarbeitet worden. Also wirklich noch Fische frisch abschlagen, aus dem Kälter unten im Keller, alles ausnehmen und heute kriegst du schon Filets, weil es keiner mehr filetieren kann. Oder weil es auch einfacher ist. Das Graten so lange dauert. Zum Beispiel, mittlerweile gibt es schon entgrätet, das kostet einen Euro mehr pro Kilo, ja, nehmen wir, weil braucht keiner mehr drüben stehen. Verlierst aber grundsätzlich jeglichen Bezug zu dem, was du eigentlich machen solltest. Greifst das Fleisch fast nicht mehr an. Es hat sich dann schon entwickelt. Man muss einmal sehen, wo die Sagen herkommen. Am Anfang war das, es ist ja immer von Betrieb zu Betrieb verschieden, auf was sie gehen. Wenn du in einem Betrieb bist, die gerne Burger und Rippernbraten, dann wirst du nicht viel von dem Fleisch mitkriegen, außer die Patties und die Ripps. Du wirst sie abmarinieren und zusammenbauen, aber das war's. Wenn du in bessere Betriebe kommst, wirst du dann halt mit Hummermuscheln tolle Sachen zu tun haben. war bei uns der Fall oder bei mir. Und dann war irgendwann einmal der Punkt, und da muss man die Juniorchefs jetzt dazuholen. Mit Bio, sage ich ganz ehrlich, es war für mich am Anfang nicht ganz nachvollziehbar, weil Bio heißt ja nicht, dass ohne Spritzmittel und das Ganze, ja. Aber wenn ein Bauer seine eigenen Sachen isst, der nicht krank ist und ich weiß, dass der drei Kilometer weiter weg ist, ist schon klar, ist jetzt nicht Bio, aber es ist ja jetzt nichts Schlechtes. Und das war früher überhaupt nicht der Fall. Du hast einfach die Kartoffeln aus Frankreich gekauft oder die Karotten aus Israel oder die Bohnen aus Kenia. Und da war's schon gut, weil du hast schon Obst und Gemüse gehabt. Und da war's gut, weil du richtig gute Sachen gehabt hast. Aber damals hast du dich einfach mit dem nicht befasst oder ich mich nicht. Das hat damals einfach die Übergeordneten, der, was in der Hierarchie oben war, der Kühnchef, der Südchef, die haben bestellt und das war, du bist da noch nicht mehr so dazugekommen. Und seitdem ich mit dem Kühnchef, seitdem ich es da mache, hat sich das auf jeden Fall einmal um... Weil du da Gedanken hast, auch machen müssen, was du auswählst. So ist es, definitiv. Und auch der gute Einfluss von Moritz und Lisa, dass man einfach drüber redet und sagt, hey, schau, ich hab das studiert, ich hab jetzt von Kochen jetzt nicht unbedingt eine Ahnung, aber ich hab von dem eine Ahnung. Und dann haben sich diese beiden Welten eigentlich jetzt am Vermischen anfangen. Nach und nach ergänzt. Nach und nach ergänzt. Und irgendwann, du kommst ein bisschen mehr ein in diese Materie, du fängst Gedanken machen an und so hat sich das Ganze dann aufgebaut. Und wodurch hast du es dann erkannt? Also was war... Hat es für dich so einen Klickmoment gegeben oder war das eher so nach und nach? Die Klickmomente sind die, wenn du siehst, was du von konventionellen Sachen aus einem großen Lieferauto kriegst und was passiert, wenn der Bauer da unten mit seinem kleinen Caddy die Tür aufmacht. Und was ist da unterschiedlich? Dass sich jeder vorkommt wie Alice im Wunderland, wenn der da seine Kiste in einer tragt. Und alles andere ist... Beschreib also eine Kiste und eine Kiste. Das würde mich jetzt interessieren. Was ist da der Unterschied? Wenn konventionell Salat kaufst und du tust diese Plastikhüllen weg, fängt da innen drin schon zu modernen. Wenn du den Salat aber von den Vorgeschnitten vom Feld kriegst, kannst du den... Du hast kein Obfall, gar nichts. Und du kannst den verwerten. Das riecht einfach. Wenn du Karotten aus dem Ockerhaus ziehst und du hast sie vier Stunden später in der Firma und dann riecht das ganze Kühlhaus noch Karotten. Das heißt, bei konventionellen die riechen. Die riechen anders. So ist es. Es ist der Geruch, der Geschmack. Es ist einfach... Schade, dass du morgen nicht kommst. Morgen am Vormittag wäre der nächste Termin für Alice im Wunderland. Glaubt man nicht. Und der bringt aber dann auch wirklich... Am Anfang kauft man dann nur ein paar Sachen. Weil man selber noch nicht ganz genau weiß, wie fängt man was an. Dann ist es toll, der ruft dich an, sagt, hey, ich höre das und das. Du nimmst das, weißt eigentlich gar nicht, was du hast. Du schaust, was kann ich damit machen und so fangst du dann zum Arbeiten an. Also das heißt, bis vor zehn Jahren hast du von dem gezehrt, was du gelernt hast und gesehen hast und seit zehn Jahren fangst du wieder neu lernen an mit anderen Sachen. Warum neu? Weil es eine andere Philosophie und schon ein bisschen eine andere Welt ist. Vom Kochen her oder von allem anderen? Von Kochen. Vom Kochen und von allem anderen. Inwiefern? Weil man einfach vom Bauern nicht immer das perfekte Produkt kriegt. Es gibt keine gerade Karotten. Die gibt es nicht. Doch, das ist meistens der Wunderling, dann die gerade Karotten. Ja. Das ist die absolute Freiheit, wenn ein Großhandel Wunderling auf dich schreibt, weil das ist Natur. Das eigentliche zeige ich. Das ist ein anderes Thema, weil das ist für mich. Aber was muss man dann kennen? Einfach wieder mehr beim Zuputzen anpassen? Du kriegst einfach Produkte, die wirklich so sein, wie ein Produkt ist. Ein Kaffiol ist nicht in Zellophan eingepackt und begast mit allem Drum und Dran oder Brokkoli begast, damit er grün bleibt. Das ist nicht der Fall. Wenn der Kaffiol kommt, der wird ein bisschen gelb sein. Früher hast du gelernt, du musst ihn mit dem Öl kochen, damit der Schnee weiß ist. Ja, toll. Hat aber noch genau gar nichts geschmeckt. Jetzt dann ist der Kaffiol nicht schneeweiß, hat von mir aus einen kleinen Tepscher, den musst du eine kleine Druckstelle rausnehmen und dann hast du einmal einen Kaffiol, der wirklich noch Kaffiol schmeckt. Das sind diese Unterschiede. Und deswegen habe ich gemeint, neu lernen. Die Produkte ist mehr Arbeit, oder? Es ist mehr Arbeit, aber es ist die schönere Arbeit, die ehrlichere Arbeit und es bleibt auch mehr. Inwiefern bleibt er mehr? Genau. Es bleibt er mehr, weil du einfach viel wenig, du hast weniger Abfall. Wirklich? Wirklich? Wenn du Produkte von einem Bauern kriegst, kannst du grundsätzlich alles verwerten. Ich schmeiße fast nichts mehr weg. Ja, aber das kommst du vom anderen. Beim anderen muss ich viel mehr wegnehmen, weil er einfach zum Teil faul ist. Ach so, weil er eingedruckt. Wenn ich Erdbeeren kriege, die in einer halben, in einer halben Kilo Tassen eingeschweißt sind, ja, schön. Die ersten oben schauen noch so halbwegs aus, die unteren sind zerdruckt. Die haben extreme Druckstelle. Das ist ein Standard, so dass er bei diesen größeren, das einfach ein gewisser Schwunsch schon in der... Ist so. Ich gehe mit dir runter, ich gebe dir die Karotten bei seiner und ich gebe dir die Kühlhauskarotten. Ja, also das macht einen Unterschied. Das ist definitiv ein Unterschied. Und deswegen auch diese Produktgeilheit, das furcht sich ja wirklich gut an. Das ist aber wirklich so. Wenn du sowas siehst, wenn du siehst, dass ein Café aus dem Gelddol, alle Farben spült nämlich von Lila, Green, Gelb, Weiß, also von der Ortenvielfalt. Wenn du Tomaten kriegst, die noch Tomaten riechen, wo ein kleines Blech mit vier Kilo das ganze Kühlhaus erleichtert, dann weißt du, dass das wirklich etwas Gescheites ist. Alles andere ist kalt. Es ist einfach da. Ein Tomaten, ein Glas aus Tomaten im Winter, die schmeckt, ja, sie ist da und rot. Wenn ich die Augen zumache, kann ich nicht ganz genau sagen, ob das jetzt wirklich, das hat keinen Körper. Das ist einfach der Unterschied. Und das bringt mir den Jungen bei, das ist das, was ich meine, das hast du früher nicht gemacht. Es ist immer viel einfacher gewesen. Man ist immer nur in den einfachen Weg gegangen. Viel einfacher von einem Großhändler alles sich zukommen zu lassen und diese ganzen Arbeitsschritte zum überspringen, bis du dort umkommst zu dem Produkt. Aber ich hätte eine Frage, was sie mir jetzt aufdrücken, wir haben es uns sogar aufgeschrieben, jetzt seid ihr da in Felden. Jetzt könnt ihr natürlich da, vielleicht seid ihr nicht ganz so preissensibel, weil vielleicht ein bisschen mehr Kaufkraft auch durch die Kunden da ist. Jetzt ist natürlich das regionale Produkt das teirere. Ihr habt ein bisschen mehr Arbeit oft. Wir wollen das Standard-Massenprodukt kaufen. Das ist meistens dann vom Preis her ein bisschen hecht. Ihr habt ein bisschen mehr Arbeit, weil ihr natürlich das Krumme wegputzen müsst, weil ihr euch mehr überlegen müsst, etc. Jetzt könnt ihr das vielleicht besser unterbringen, aber wie schafft man denn das, dass man das auch, sage ich mal, in Regionen, wo jetzt nicht so das kaufkräftige Publikum ist, dort in einem ganz normalen Wirtshaus, dass man da auch wieder stärker auf die Lieferanten zugreift, weil ich könnte mir vorstellen, dass es dort, wo die Schnitzel jetzt nicht, ich sage jetzt irgendeine Hausnummer, nicht 20 Euro kostet, sondern wo es dann einen Zehner kosten darf, wie bringe ich das denn da weiter oder wie geht denn das da auch oder was würdest du da zu dem entgegnen? Die erste Frage oder Antwort, wer sagt denn, dass das teurer ist? Ja, kannst du sagen, dass das teurer ist? Nein, ist es nicht? Ist es nicht? Zum Teil nicht mehr, das hat sich angeglichen. Früher war überall, wo Bio draufgestanden ist, war automatisch einmal ein, zwei Euro mehr. Aufblock, auch bei der Menge. Das ist nicht mehr der Fall. Ist es nicht? Beim Fleisch? Beim Fleisch, ja, aber finde ich auch vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Ich kann mit diesen Diskussionen, was sie jetzt da haben, wenn ich um 11 Euro ein Schnitzel verkaufe und 19 Cent verdiene, ja, okay. Verstehe ich nicht, warum sie es tun. Verstehe ich nicht, warum ich in einem Möbelhaus ein Schnitzel essen muss, nur damit ich eventuell dann nachher so verkaufe. Das ist für mich komplett daneben. Sie können auch Frühstück anbieten, aber warum muss ich da drinnen können, der glaubt ja, dass er es über die Masse macht, aber 100 Mal 19 Cent ist halt auch nicht die Welt. Also das ist, ja. Erst ist der Preis, sagst du dir, die Unterschiede, ich glaube schon, dass sie noch da sind, aber sie sind immer so groß wie früher, oder? Die Unterschiede sind immer so groß. Ich kann jetzt ein gutes Beispiel. Große regionale Molkerei in Kärnten, 10 Liter Milch, 9,70 Euro. Kleinere Molkerei Kärnten, Bio-Milch, 9,40 Euro für 10 Liter. Da kann sich jeder selber den Gedanken machen, warum die Milch, die eine Woche haltbar ist, weniger kostet, als eine Milch, die eineinhalb Monate haltbar ist. Und das betrifft aber dann die gesamte Palette. Das heißt, Joghurt, Topfen, und, und, und. Das ist nicht mehr so. Über alle Produktgruppen hinweg, oder so mal die Haupt? Naja, also, dort, wo am meisten der Markt am größten ist, Spezialprodukte werden nach wie vor wahrscheinlich eher... Spezialprodukte ist klar. Also, ich sage, Butter ist noch immer... Oder bunter Kaffiol, glaube ich, weil du es gesagt hast, oder? Bunter Kaffiol, und du machst das ja nicht jeden Tag. Dann nimmst du es zu einem Gericht, wo du sagst, okay, okay, da kann ich den Preis verlangen, dann rechnest du den Kaffiol auch ein. Und diese 50 Cent oder einen Euro, was der dann, der Reis auf ein Kilo. Also, du willst den Leuten ja auch was sagen und was geben. Verstehst du? Und das ist ja... Wie kalkulierst du dann das und kalkulierst du so, als wäre es dein eigenes Lokal? Bist du da wirtschaftlich auch verantwortlich? Weil am Ende des Tages muss ja pro Speise was überbleiben. Freilich. Das ist genauso, wie du gesagt hast. man macht das, es ist so wie eine Firma in einer Firma. Man schaut... Du bist für deinen Bereich. Das muss man auch sagen, Gott sei Dank eine sehr hohe Wertschätzung von den Chefleuten und ein sehr hohes Vertrauen entgegengebracht gekriegt, dass man einfach sowas machen kann. Da wächst man auch mit der Herausforderung. Das war am Anfang auch ganz anders und das ist jetzt, das hat sich, wie gesagt, das ist wie eine eigene Firma. Und der gute Spruch war, vom Senior, hat er mal zu mir gesagt vor ein paar Jahren, oder, das ist eigentlich schon zehn Jahre, hat er gesagt, wir können grundsätzlich schon alles kaufen, aber er will das dann auch wirklich wieder verkaufen. Das heißt, es bringt mir nichts, wenn ich was kaufe, dass ich nicht verkaufen kann. Also so muss man das einfach sehen. Und wenn man das so tut, dann kriegt das eher einen eigenen Drive. Und natürlich muss man die Sachen kalkulieren. Man schaut jetzt nicht 50 Cent auf oder ab. Das tut man nicht. Also ich zumindest schaue da jetzt dann nicht bei 50 Cent ganz genau. Ob da jetzt die Kaffiolrosen, die jetzt Hausnummer ein bisschen größer wäre, verlange ich nicht mehr, weil die andere hat jetzt eine kleinere gekriegt oder zwei kleine, das tue ich nicht. Also das ist Centreiterei, das macht man nicht. Machen wir so einen kurzen Know-how-Ausflug. Erklär uns mal bitte, wie funktioniert, oder wie kalkuliere ich denn schulmäßig schon fast, oder wie machst du es auch du, wie kalkuliert man denn eine Speise in der Küche? Wie geht man da ran? Ja, du gehst einmal her und holst das Grundprodukt nicht. Also wenn ich zum Beispiel, nehmen wir es auf viele Steaks. Das ist am einfachsten. Jeder mag viele und nur, dass die Leute einmal verstehen, was sowas wirklich kosten müsste. Wenn ich Bio-Rindsfilet kaufen würde, kostet mir das 50 Euro das Kilo. Das heißt, 50 Euro, dann rechne ich nochmal 10 Prozent, also Schnitt, Parieren, das Ganze zuputzen, das rechne ich nochmal dazu, sind wir bei 55 pro Kilo. Aus einem Kilo kriege ich raus, ist wohl, schneiden wir es mit 200 Gramm, ist einfach. Dividiert durch 5 sind wir bei 11 Euro. Für das Stickelfleisch, 11 Euro. Dann nehmen wir uns noch eine Beilung, sagen wir, okay, Kartoffel, Gemüse, rechnen wir 3 Euro. Sind wir bei 14. Wenn ich jetzt wirtschaftlich arbeiten würde, oder wenn man kalkuliert, kalkuliert man eigentlich mit allem drum und dran, sage ich mal, 3,5 oder mal 4. Von die. Mal 3,5 oder mal. Und dann ungefähr so ein Schlüssel, oder? So ein Schlüssel, wo du sagst, okay, da sind Betriebskosten, Lohnkosten, Warenkosten und, 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 blablabla, alles drin. Und das, was du jetzt gehabt hast, das glaube ich, das nennt man, 14 mal 4. Das nennt man Warenensatz, glaube ich, oder? Nicht nur Warenensatz, da ist wirklich dann alles da. Die 14 Euro sind Warenensatz, für dieses Gericht. Und damit ein Unternehmer wirtschaftlich arbeiten kann, hat er eben einen Schlüssel angewiesen und mit dem kalkuliert er. Sagen wir mal 4. Das heißt, wir sind dann bei 14 mal 4, sind wir bei 56 Euro. Das wäre für ein Bio-Rindsfilet mit Kartoffeln und Gemüse. 200 Gramm. 200 Gramm. Was auch vollkommen richtig ist. Weil warum soll der... Was kostet es jetzt tatsächlich auf der Karte? Und warum? Bei uns kostet der Steak 43,90 Euro. Das heißt, ihr bietet das teure Gericht nicht zu teuren? Ja, genau. Das heißt, man macht so, wie ein Mischwahlbeispiel. Genau. Du machst einfach Mischkalkulation. Du hast gewisse Gerichte, wo du den Aufschlag nicht so drauf tust, weil du einfach, ich sage ganz ehrlich, 56 Euro für ein Steak ist Wahnsinn. Das kann man in ein Steakhaus machen. Wird auch gemacht, ist auch kein Problem, aber das hat, das ist schon eine Schwelle. Da denkst du auch, je teurer ein Gericht ist, desto weniger Fehler darfst du machen. Vollkommen richtig. Weil wenn ich irgendwo hingehe und ich gehe, ist ein Menü und Weinbegleitung und ich bin 200 Euro pro Person los, da muss aber alles passen. Das erwarten sich ja die Gäste auch, wenn sie zu uns kommen. Und die erwarten mir auch, wenn wirklich was nicht passt, dass es gesagt wird, dass sie kommen und sagen, hey, es tut mir leid, aber das hat jetzt nicht ganz funktioniert. Dann wird sich entschuldigt und wird das Ganze noch einmal gemacht, bis es passt. Und du hast einfach Gerichte, wo du zum Beispiel mit Pasta oder Risotto hast einen anderen Warnaufschlag. Dafür machst du beim Steak ein bisschen weniger, weil du einfach dann schaust, dass der Balance ein bisschen drinnen ist, weil es bringt nichts, wenn ich nur hochpreisig bin, weil wir in Völten sind. Das macht man nicht. Also das ist nicht meine Einstellung. Kann gern jeder für sich selbst entscheiden. Ich tue das nicht. Also wir kalkulieren das so, dass es fair ist, dass der Betrieb, so wie der Betrieb das vorgibt, wird kalkuliert. Aber zum Teil sind schon überall auf der Welt Ausreißer drauf. Das heißt, man kalkuliert die Speisen dann so, dass die Teuersten ein bisschen günstiger werden, die vom Warnansatz eher günstigen, dass man das einfach alles so ein bisschen austuriert und einfach das in einem gewissen Korridor hinein kalkuliert. Man kalkuliert das so, dass man sagt, was ist es wirklich wert. Würdest du 56 Euro für Steak zahlen? Für 200 Gramm? Ich glaube nicht. Also ich würde es nicht. Nein, ich überlege gerade, das habe ich glaube ich eh noch nie gemacht. Ich würde es wahrscheinlich dann einfach nicht essen. Hat keinen Sinn. Es bringt mir nichts, wenn ich mal so hochpreisig drauf habe. Ich so wie so immer Schnitzel. Ich muss mich so outen. Schnitzel kannst du die Rechnung, ich meine, es ist ein Unterschied. In der Gastronomie gibt es natürlich andere Preise auch für Fleisch. Und wenn du lasergeschnittenes Fleisch aus Deutschland kriegst, Lasergeschnittenes Fleisch, Lasergeschnittenes Fleisch, das wird vorher geschnitten, fixfertig abgepackt, du hast keinen Verschnitt mehr, gar nichts. Du brauchst da keinen Kuchen mehr. Du musst nur noch aufmachen und auf den Griller schmeißen. Kein Problem, gibt es alles. Das ist Convenience. Dann fahren sie auch einen anderen Preis. Und dann gibt es Sachen, wenn du vom Bauern was kriegst und dann denkst du dir, wie schaut denn überhaupt der Filet aus? Wo kriege ich das überhaupt her? Das heißt, du kriegst doch ein bisschen Viech und musst das dann mal erkeln. Genau. Macht sie das? Ja. Du müsstest ja wieder lernen, wie man Fleischteile auslösen. Ja, früher war es meistens eine Mischung aus Koch und Fleischer oder Koch-Kellner-Lehre. Die hat dann meistens ein Jahr länger gedauert. Das gibt es heute leider nicht mehr, dass man einen Fleischer dazulernt. Das gibt es dann separat. Ich habe das Glück gehabt, dass mir das damals noch beigebracht worden ist, obwohl ich nur drei Jahre gelernt habe. Also hat der Koch Fleischer-Lehre gegeben? Ja, der Koch hat alles gemacht. Das verstehen wir werden nicht über das gehört. Der Koch Fleischer-Lehre? Ein Vierjähriger? Hat es gegeben, ja. Okay. Hat es gegeben. Mit Option halt. Koch-Könlner habe ich gewusst, aber Koch-Könlner auch. Koch-Könlner, Koch-Könlner. Ja, irgendwo ist es ja fern von jeder Realität zum Glauben, dass man einen Sack aufmacht und man hat ein Filet da. Man muss ja irgendwo wissen, wo kommt es her. Wie schaut denn überhaupt eine Kuh aus? Das ist immer das Erste. Oh, das Filet kommt von einer Kuh. Ja, gibt es einige, die das nicht wissen. Die haben ja doch das Deckung vom Filet. Ach so. Ja, und natürlich, ich meine, vom Preis, um zum Thema Schnitzel nochmal zu kommen. Kolbfleisch, wenn das 27 Euro kostet, das Kilo, und du 150 Gramm raufschneidest, kann sich da jeder selber rechnen. Oder 200 Gramm Wasser wirklich für Schnitzel normalerweise zahlen darf, kann oder soll. Aber wo das Fleisch herkommt, wenn er es nicht. Das ist die nächste Frage. Ich habe vorher die Frage mit dem, wie man denn jetzt eine Speise kalkuliert, bewusst ein bisschen hingestellt, nur noch die Lieferanten, weil du ja auch gesagt hast, man kann aus einer Karotte auch viel rausholen. Es kommt halt darauf an, ob man jetzt nur den teuren Brokkoli draufschreibt oder den bunten Kaffiol, sondern wie wichtig ist es denn, die Speisekarte zu schreiben, weil ich denke, wenn du sagst, okay, wir nehmen den bunten Kaffiol, nutzen den, aber wir machen jetzt nicht, weil das ist der erste Element, nur Kaffiol, Bröselkaffiol mit dem bunten Kaffiol, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben dann. Wie schreiben deine intelligente Karten, wie hängt das mit dem Einkauf zusammen und wie, was sind da deine, ist da deine Philosophie? Ja, wie schreibt man eine Karten? Man schaut einmal zuerst, was man kriegt von den Bauern, das ist auch nicht immer so, das ist halt, das ist der kleine Nachteil, dass man einfach dann sagt, okay, ich habe halt jetzt keine Karotte oder keinen Kaffiol. Da muss man sich darauf einstellen, oder? Man muss sich auf jeden Fall darauf einstellen, man muss viel flexibler sein. Also Großhandel kriegt man immer alles. Convenience, du kannst immer alles haben, es ist immer alles in ausreichender Menge verfügbar. Das hast du natürlich, wenn du mit Bauern arbeitest, nicht. Du musst da viel mehr Gedanken machen, was hast. Ganz ehrlich, wenn wir eine halbe Kuh oder Kalbel kriegen, ein Kalb oder ein Lämmer, du machst da schon Gedanken. Also wir servieren sicher nicht, das machen wir jetzt schon lange nicht mehr, dass wir sagen, okay, wir machen nur einen Lammbrücken. Das tun wir nicht. Ich serviere, wenn sie was haben wollen, mittlerweile so zwei Sachen oder drei, dass man sagt, okay, man gibt ihnen ein Stück vom Lammrücken. Drei allein vom Lammrücken. Man gibt es ihnen aber auch eine Rippe, die was früher immer für die Sauce hergenommen worden ist. Es gibt nichts Besseres. Das Beste, was es gibt, dieses Fett, das eingebunden ist am Ripperl vom Bauch. Das ist sensationell. Es schmeckt besser als jeder Lammrücken, weil einfach viel mehr Geschmack drinnen ist und ein kleines, geschmarrtes Stück. Wir geben eine Zunge rauf, wenn es sein muss. Wir machen einen Zungensalat und geben ihm eine Zunge. Da musst du mal wissen, wie man eine Zunge macht. So ist es. Das hat dann wieder mit Handwerk zu tun, was man gelernt hat. Aber da braucht man dann wieder Grundtechnik, damit man, also kann man sagen, ob du eine Zunge bringst, eine Leber oder eine Niere. Oder man rutscht der Oma zu. Weil die Oma hat bei der Osterjausen meistens eine Zunge gemacht, eine saure. Man kann sich von jedem irgendwo was abschauen. Das ist komplett egal. Ob das jetzt ein guter ist, ein schlechter. Eine gute Hausfrau, ein schlechter. Man kann sich überall was abschauen und man kann ja selber probieren, wenn man darf, die Befähigung dazu haben. Und dann, wenn man natürlich Produkte hat, die ein bisschen spezieller sind, dann probiert man das schon ein bisschen pimpen. So wie, wenn man letztes Jahr, wenn ich Lammleber aufschreibe, Milchlammleber, weiß ich genau, dass das jetzt etwas ist, was für Leute, die gerne gut essen, das nehmen würden. Aber das ist jetzt kein Mainstream-Gericht. Also das heißt, ich muss irgendwas machen. Dann mache ich meistens entweder Steinpülze oder Eierschwammeln dazu, die was da aus dem Wald kommen. Hucht sich das schon wieder ein bisschen sexier an. Also holen die anderen schon wieder ein bisschen rein. Genau, und dann schaust du, dass die Beilagen nicht so ausgefallen sind. Wenn ich da jetzt, weiß ich nicht, Buchweizenstärz dazu schreibe, wird das noch schwieriger. Wenn ich da jetzt Erdäpfelpüree und keine Ahnung, Barsamikokirschen dazu schreibe, ist das Ganze schon wieder ein bisschen anders. Dann sagt er, okay, er probiert das Gericht, weil wenn er die Leber nicht mag hat, dann werden ich so ein paar andere Sachen, die er essen kann. Es ist wirklich, man verbockt einfach die Sachen. Aber es ändert nichts daran, dass du dem Gast trotzdem den Geschmack geben willst, dass er einfach sieht, ein Tier besteht nicht nur aus Filet. Aber sag, hast du den Spieß denn eigentlich umgedreht, weil ich nehme mal an, früher war es so, du hast ein Gericht im Kopf und dementsprechend hast du das Zeug, die Lebensmittel bestellt. Genau. Ist das jetzt umgekehrt? Ja. Das heißt, du schaust, was es gibt? Genau. Du kriegst pro Wochen, also wir machen das so, Montag, Dienst, eigentlich kommt jeden Tag die Lieferung, also es ist jetzt egal, aber wir schauen einfach, dass man, welche Produkte gibt es vom Bauern zur Zeit, das nehmen wir für unsere Menüs, für die, wir haben so aufgeteilt, diese Klassiker-Karte, da hast du Sachen drauf, wie jeder mag, genau, die Frau, da brauchst du jetzt auch nicht großartig umtrickseln, da machst du einfach das, was die Leute gerne haben und dann ist von der Philosophie her, wir machen ein Menü mit Produkten aus der Region und das funktioniert seit drei Jahren immer besser. Das heißt, das Menü ist eher auf die Lieferanten fokussiert? Das Menü ist eher auf die Lieferanten fokussiert, weil das Menü wird jeden Tag geschrieben, jeden Tag frisch angekocht. Muss quasi fast jeden Tag schreiben, weil es mir fast was geht. Genau, so ist es und am Abend, wenn ein Gast kommt, kann er sich sicher sein, dass er jeden Tag ein frisches Essen kommt. Wenn ich eine Karte habe mit 70 Positionen, soll mir jemand sagen, dass das immer frisch ist. Genau, jetzt sind wir wieder bei der Karte. Wie kommen wir denn mit einer gescheiten Karte auf der anderen Seite Kosten sparen und wo ist so die Grenze für eine Karte? Ich kann mich auch erinnern an Wirtshäuser bei uns, da waren selten Leute drin, aber sie haben 100 Gerichte auf der Karte gehabt, wo ich nie, wie geht sich das aus? Oder was ist denn? Ich glaube, so eine gute Grenze bei Gerichten ist, glaube ich, ich sage, wenn du, bei uns, wir haben es, ich glaube, 17 Sachen, so standardmäßig, dazu lieber wirklich alles dazu. Frühspreis, Nachtspreis, alles. Alles. Und dann gibt es einmal Gerichte mit sechs verschiedenen Sachen, die jeden Tag frisch gekocht sind, bloß eine Abendempfehlung. Das heißt, wenn der Fischer mir am Nachmittag jetzt die Rheinaken aus der Völner Bucht bringt, dann gibt es die am Abend mit entweder ein Gemüse, was ich noch habe oder es gibt einen Blattsalat dazu aus dem Rosenthal, der bio ist und das war's. Aber das heißt, es gibt so Standardkarten, die es immer gibt, das sind dann auch die Standards. Nein, ich sage mal so, diese Standardkarten ist jetzt, vom Namen her hört sich das jetzt ein bisschen blöd an, aber das ist das, wo du sagst, wo du eine gewisse Menge abdecken kannst, aber trotzdem auch regional bleibst und das nicht zu ausgefallen ist. Wenn ich jetzt Lammleber auf der Karte haben würde die ganze Zeit, weiß ich, dass das jetzt nicht oft geht. Wenn ich es aber im Menü habe als Abendempfehlung, also wo ich es empfehlen kann und dann sage ich, es tut mir leid, aus ist aus, ich habe das dann auch nicht mehr. Angebotverknappung ist super. Nein, wir machen das auch so. Wir haben ein Menü, wir produzieren das jeden Tag, sage ich. Und es aus ist es aus. 40 Menüs, auf das produzieren wir hin und wenn es aus ist, ist es aus. Für die Hotelgäste ist das natürlich schon ein bisschen ein Gimmick, da schauen wir, dass wir es haben, aber ich kann auch sehr wohl um 8 Uhr sagen, hey Leute, es tut mir leid, heute ist so viel gegangen, ich habe das jetzt nicht mehr, aber ich kann da eine Alternative anbieten. Aber ist es nicht notwendig, dass Sachen erstens mal, wenn es aus ist, es aus ist, zwar mutig ist zu sagen, aber man vermeidet ja auch auf dem Thema Lebensmittelabfälle auch in der Küche. Wenn ich ständig schaue, dass bis zum Letzten alles da ist, muss ich wahrscheinlich alles, was dann überbleibt, also sprich alles, auch wegschmeißen, oder? Also wie geht man mit, wie tut man da, auch wieder im Hinblick auf die Speisekarten? Ja, alles was, sage ich, von einem Menü dann übrig bleibt, was meistens, ja, es kann natürlich sein, dass einmal mehr ist, einmal weniger, aber diese Produkte, die sind ja genauso frisch angekocht worden und das gibt es dann am nächsten Tag absolut für das Daff. Also da wird nichts. Weil sie alle sagen, es ist so schlecht Personal essen und in der Gast kriegst du nichts gescheites und das ist ein Blödsinn. Wenn es dem Personal nicht gut geht, geht es dem Gast nicht gut, wenn es dem nicht gut geht, geht es dem Unternehmer nicht gut. Es ist ein Rottenschwanz. Schau mal, die sind so jung, die kommen da her, arbeiten und dann hat ein Personalzimmer, das schlecht ist, Mitarbeiterverpflegung, die schlecht ist, zwölf Stunden Tag oder mehr, keine Pause und dann sagst du mir, dass der am Abend jemanden freundlich ins Gesicht lachen soll beim Bedienen oder was. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, wenn du die Rahmenbedingungen für die Leute schon stößt und da gehört eine Klimaanlage mittlerweile auch dazu in der Küche, dann ist es natürlich ein Wohlfühlfaktor und mit dem Menü aussagen, am Anfang tut man sich schwer, weil man glaubt, dass der Gast das nicht versteht. Stimmt aber nicht. Wir haben sehr viele Gäste, die sehr sehr wohl drüber nachdenken, die ein sehr guter Heiser sein, die sehr wohl das auch zu schätzen wissen, dass es nicht immer alles gibt. Um das nur einmal so reinzumschmeißen, eine Kuh hat zwei Filets. Aus zwei Filets kann ich maximal zehn bis zwölf Steaks schneiden. Dann kann sich jeder selber ausrechnen, wie viele Kühe in Kärnten oder in Österreich wo man dummstehen müssten, um, keine Ahnung, fünf Steakheiser voll zu kriegen. Also ich hab noch nie so viel Kühe gesehen. Und das ist das. Und das muss man irgendjemandem wieder begreiflich machen. Dass es nicht immer nur alles geben kann. Und wie macht sie das? Wie kommuniziert sie das? Indem man dann einfach sagt, hey Leute, Schatz, das ist eine Kuh. Aus dem kriege ich so und so viele Portionen. Aus dem machen wir das, aus dem machen wir das. Wer sagt das zu wem? Wir untereinander. Wer sagt zum Gast? Der Kölner. Wir schreiben auf die Karten zum Beispiel, ihr fahrt ja zu Eva Nuert. Wenn wir da drauf schreiben, dann schreibe ich meistens, früher haben wir noch geschrieben, Josef Nuert, jetzt schreibe ich dann Eva Nuert. Und dann schreibe ich drauf. Ich glaube immer Nuert. Nuert, absolut. Keine Ahnung. Bio-Molke-Weideschwein. Dann schreibe ich meistens einen kleinen Zusatztext dazu, was es gibt. Ob das dann aus dem Schopf ist oder ob das aus dem Rücken ist. Das obliegt dann mir. Und meistens tun wir es dann ein bisschen mischen. Oder ich schreibe Krustenbraten. Der Gast weiß am Anfang nicht, was es ist. Er fragt dann nach und der Kellner erklärt ihm das Ganze. Das heißt, der Kellner weiß es auch. Der Kellner weiß es. Es gibt eine Menübesprechung jeden Abend über dieses Menü und wie das Ganze funktioniert. und dann wird das Ganze besprochen. Reden wir doch mal über, weil du es jetzt so reingebracht hast, über das Verhältnis von Service und Küche. Das wollte ich gerade tun. Entschuldigung. Ich bin ja in der, das war ja damals, war so ein Kriegsschauplatz, so quasi das Service und die Küche. Also der Willi hatte die Rolle des Kochers. Der ewige Kampf zwischen Service und Küche und das ist ja glaube ich das, was man so außerhalb so ein bisschen mitbringt. Wie war das bei dir? Hat sich das auch verändert? Und wir bindet ihr, wenn ihr dieses transportieren wollt, nämlich vom Lieferanten bis zum Kunden, wie ist der Informationstransfer? Wie reziere ich das aus? Wie arbeitet ihr da zusammen? Und wie sollte es sein, deiner Meinung nach? Ich würde sagen, bei uns ist es ein Nachkriegs-Spielplatz. Nein, überhaupt nicht. Post-apoleptisch. Nein, es war definitiv so. Ja. Definitiv. Auch in jedem Betrieb. Egal wo. Da hat es keine Ausnahmen gegeben. Nur, das funktioniert seit fünf, sechs Jahren nicht mehr. Also so kannst du nicht arbeiten. Das hat sich geändert. Vergleichen wir es mit einem Fußballteam. Ja. Wenn elf Leute drauf sind, von den Elfen sind ja nicht elf Köche, weil, ja, wohl, sind ja nicht elf Köche, sondern du hast fünf Köche, sechs Kölner und alle haben auch zu. Den Gast eigentlich, oder die Fußballmannschaft will auch durchschießen und wir wollen den Gast zufrieden machen. Wenn ich in der Küche ein Theater mit einem Service machen würde, würde das nicht funktionieren. Wenn du das Service Theater mit der Küche machen würde, würde das nicht funktionieren. Also entweder ziehen alle und das geht in die gleiche Richtung oder ansonsten musst du halt von ein paar Störfaktoren drehen. Geht nicht. Wenn du jetzt mit zehn Leuten in der Küche arbeitest, dann probierst du ja wirklich jeden abzuholen, damit er in dein Team spielt und dann probierst du auch das Service mit einzubinden. Du gehst mit den Leuten irgendwo hin, du schaust, hey, tut das Ganze, redest mit denen, probierst sie auch mit den Bauern ein bisschen in Verbindung zu bringen, was ihnen auch taugt und dann hast du ein entspanntes Leben. Ansonsten gibt es das nicht. Es gibt da keine Schreierei in der Küche, es gibt da kein Diskutieren am Boss. Das ist wirklich noch ein bisschen... Was ist quasi dort, wo der Übergang der Speise in die Hand ist. Ja, genau. Wie wir gesagt haben, diese unsichtbare Linie, wo der Kölner nicht rein darf. Bullshit. Also wenn heute noch jemand so redet, dann hat er, glaube ich, sein... Dann können wir auch wieder kurz vor den Tieren schon gehen. Ja, nein, dann muss er, glaube ich, aufhören, weil das tut mir leid. Aber fünf bis sechs Jahre hast du gesagt. Was war da? Warum hat das sogar auch geändert? Naja, vielleicht hat sich es früher schon geändert. Für mich hat sich das vor sechs, sieben Jahren... Was hat sich bei dir geändert? Dass du einfach... Du brauchst nicht glauben, dass die Küche allein das Wichtigste ist. Das ist ein Blödsinn. Was war da passiert? Naja, das ist... Da kann man kein... Das ist eine Erkenntnis. Nein, die Erkenntnis ist einfach, dass du merkst, dass wenn du weniger Leute hast, dass du sie einfach abholen musst und dass sie mit dir mitsiegen müssen. Es bringt nichts, wenn sie gegen dich spielen, weil du dann hast verloren. Das meine ich mit Erkenntnis. Dass du dann einfach sagst, okay, bringt nichts. Also das hast du auch gemerkt in der Arbeit. Das hast du in der Arbeit gemerkt, natürlich, freilich. Es ist ein Unterschied, ob am Abend absolute Ruhe in der Küche ist, während dem Abendservice oder nur Theater. Das heißt, du hast die Welt auch gelebt und auch selber mitbefeuert damals schon. Ja, auch. Alles. Draufkriegt, ausgeteilt, daraus gelernt. Ja, wie lernt man das so schnell? Das ist so... Das habt ihr ja... Weißt du ja, erstens das und zweitens, weißt du ja, ein Chefleit gibt, die da sagen, so Kollege, und jetzt gehst du einmal ein bisschen runter vom Gas. Also hast du am Ende quasi so... Nein, gibt es hier, freilich ist es ein Metoring. Absolut. Ja, da muss man dann halt auch. Ich meine, kann man ja ignorieren oder sowas. Ja, wenn ich es ignoriert hätte, wäre ich nicht da. Gut für dich, quasi ja. Du hast auch vorher gesagt, wie hast du vorher gesagt, wenn Störelemente entfernen und du musst irgendwas... Nein, freilich. Also ich meine, ganz ehrlich, keiner braucht glauben, dass sein Job, keine Ahnung, unantastbar ist. Hat es dir dann dir selber jetzt Nachträglich was gebracht, weil du von Ruhe auch gesprochen hast, etc.? Definitiv, ja. Also ich habe bei Weitem ein leichteres Leben als vor ein paar Jahren. Also vor, sagen wir vor zehn Jahren. Aber der Wandel ist auch möglich, oder wie? Der Wandel ist absolut möglich, wenn jemand auf sich selber einlässt und sich einmal selbst reflektiert. Und der funktioniert, wenn du das Team ziehst, dann auch nachträglich mit. Ehrlich. Stell dich vor den Spiegel und frag dich, ob du das willst. Welche Faktoren sind das, diesen Krieg, diesen Kampf, diesen Stress in der Küche, etc.? Ich habe das ja selber auch miterlebt. Was sind denn die Faktoren? Warum ist das gerade zwischen Küche und Service oder war das so von mir aus? Ja, warum? Nein, es ist, schau, es ist so, ein Abendservice läuft nie gleich ab. Menschen wollen aber immer, dass irgendwie alles gleich ist oder dass immer alles irgendwie noch Struktur abläuft. Gastronomie hat aber mit Struktur nichts zu tun oder schon ein bisschen, aber du sollst ja flexibel sein und kreativ und alles. Also das heißt, es soll ein bisschen verschwimmen. Es soll nicht alles so strukturiert sein. Wenn jetzt am Abend Service ist, dann ist es meistens so, ein Tisch reserviert um halber sieben, kommt aber um halber acht. Um halber acht haben wir aber fünf andere auch reserviert. Jetzt ist der Kölner im Stress, der Koch angefressen, weil eine Stunde lang nichts gegangen ist und jetzt kommen auf einmal zehn so Anzeige. Passiert mir auch ab und zu noch, dass ich mich drüber ärgere. Aber mittlerweile war ich daraus gelernt, dass es hilft eh nichts. Was kannst du machen? Weil Sie sind draußen zuerst in der Rüde-Lagak-Kirche. Vollkommen richtig, super Vorausdruck. Perfekt umschrieben. Wollte ich jetzt auch sagen. Und dann ist es die Küche. Und meistens ist es dann immer dieser Punkt, wo zu viel einprasselt, dieser High Peak, nennen wir das einmal so, der dann einfach zu zu Reibungen führt. Und dann ist es so, dann gibt es genau zwei Leute, die etwas zum Reden haben. Das ist einmal der Restaurantleiter und einmal der Küchenchef. Und alle anderen müssen wirklich in der Phase einfach ruhig sein. Funktionieren. Da ist die Phase, wo wir vorher gesagt haben, da ist es nicht zum Diskutieren. Da gibt es keine Diskussion. Da gibt es Ansagen, aber auch nicht unter der Gürtellinie, sondern jeder weiß, hey, um halb Uhr, Ochtend wird es knollen, es knollt eine Stunde und dann haben wir wieder unsere Ruhe. Da schwimmen wir dann kurzfristig einmal. Aber selbst, wenn du das weißt und wenn du sagst, okay, dann gilt es zwischen Küchenchef und Servicechef, wie behältst du da die Nerven? Auch wenn du es weißt, mit Ansagestress ist es ja trotzdem Stress. Routine. Oder, keine Ahnung, wir machen uns einen Hanföl-Server. kriegt halt jeder beim Salat am Ort ein bisschen Zeppel jeder zu sagen, danke. Ja, das muss man lernen, glaube ich, oder? Funktioniert eigentlich auch perfekt. Und es ist überfängig, es ist nicht jeder der Typ dafür. Wenn du hast gehst, einfach nur von Haus aus, dann ist wahrscheinlich das der falsche Posten. Naja, wie gesagt, wenn, das ist noch ein, du transportierst die Schwingungen. Das ist so. Ja. Wenn, wenn die Person, die dafür verantwortlich ist, unruhig ist, dann ist die Küche unruhig. Oder das Service unruhig. Wenn du aber so halbwegs mit dir im Reinen bist, dann wird dir das relativ furcht sein, weil dann machst du einfach die Bones. Und das ist ja nicht so, der Gast kommt ja, der kriegt ja zum Teil das ja gar nicht mit. Verstehst du? Oder er kriegt gar nichts mit. Warum soll ich mich jetzt untereinander aufreiben, obwohl der Gast eigentlich nichts mitkriegt? Weil der kommt her und es geht nicht nur um Essen und Servieren, es geht nicht nur um Atmosphäre, um einen Wohlfühlfaktor. Der setzt sich so hinten zum Springbrunnen und will drei Stunden mit seiner Frau essen. In drei Stunden schaffe ich locker das Essen zum Kuchen. Nur vielleicht schaffe ich es nicht in zehn Minuten, sondern ich brauche acht seine. Und wegen den acht Minuten fange ich kein Krieg mehr an. Sicher nicht. Also man hat sich ein unnötiges Leben schwer gemacht, weil man den Wunsch des Gastes erfüllt hat, den der so nie geäußert hat. Wahrscheinlich, ja. Weil es hat ein Kommunikationsfehler war. Und jeder wird älter und jeder wird gescheiter. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass man sagt, Du bist wirklich alt schon. Naja, alt, reif, reif. Ich darf mich glauben. Ich weiß. Nein, du darfst. Das hat es beide nicht. Nein, aber du weißt, du kannst ihm nicht so, es hat keinen Sinn. Es ist, die Saison ist lang. Wieder ein guter Spruch vom Senior. Das ist ja kein Sprint, das ist ein Marathon. Und es bringt dir nichts, wenn du der Beste bist, das aber genau eine Woche durchhältst. Es bringt dir nichts, wenn du der Schlechteste bist. Das muss passen. Das ist eine Konstante. Und wenn wir zum Teil mit, oder wenn ich mit Mitarbeitern rede, wenn sie sagen, naja, heute war schlecht, und sage ich, du, schau, mir bringt nichts diese, wie heißt es? Pigs? Nein. Wollen? Ja, was du? Oszillieren. Diese Single. Ja? Ja, keine Ahnung. Also sagen wir, nicht mehr Wollen. Einmal oben, einmal unten. Sinus. Ja, genau. Bringt genau gar nichts. Schau einfach, dass du in der Mitte fährst und irgendwann kommt der von alleine da rauf. Und das funktioniert. Und wenn die eine Unruhe drinnen haben, oder zumindest wenn ich am Abend, wenn ich am Nachmittag daheim bin und ich komme dann aber wieder und um halb sechs in die Küche, da ist kein Stress mehr da. Weil man einfach geschaut hat, dass man am Vormittag das so herrichtet, dass jeder eine Freizeit hat. die kriegen 50% Ermäßigung für das Boot für die Saisonkarte, die kriegen sie von uns gezahlt. Ich will, dass jeder aussieht. Und da bin ich wirklich grantig, wenn ich sage, ihr geht es um Viertel zwei, dann geht es um Viertel zwei. Und um Viertel sechs am Abend seid ihr wieder da. Wann noch was zum tun ist? Wenn was zum tun ist, dann werden wir das Ganze entweder von Viertel sechs bis halb sieben machen, weil dann starten wir mit dem Service und in einer Stunde kann man sehr viel machen, wenn wir alle zusammenhelfen. Oder wir machen es davor. Aber es wird keiner gezwungen, in der Küche drin zu stehen, wenn es nicht sein muss. Und ob das sein muss oder nicht, entscheide ich. Gott sei Dank. Also das heißt, wenn ich es zusammenkriegen würde, allein, dann schaffen sie es zu zweit, vielleicht auch am Abend. Also das ist, was ich meine, man will einfach, dass sie aussägen. Das sind ja nicht nur Arbeitstiere, die bezahlt werden, damit du ein Unternehmen am Laufen haltest, sondern die sollen kommen und sollen ja auch was sägen von dem und ein bisschen Spaß haben und untereinander lernen. man muss, was ich so jetzt ein bisschen mitkriege, das haben wir beim Urs Niklis erst einmal gehört, das Wort im Podcast, das ist wieder, was du auch beschreibst, ist das Mindset einfach. Du musst so deinen Zugang zum Thema einfach überdenken und einfach das Gleiche nur mit einem anderen Zugang nochmal versuchen, abends als jetzt. Und wenn die am Abend in die Küche kommen oder am Abend dann das Service starten, der ist gechillt in seiner Base, wie die Jungen heute so da gesagt hätten, dann kannst du... Du weißt, du kennst das auch schon das Wort, oder? Ja, ja, ja. Dann kennst, dann kannst du sicher sein, dass du ein schönes Abend-Service haben möchtest. Wenn aber reinkommst und da ist die Unruhe schon drin, dann... Angst vielleicht auch vom Chef, oder? Nein. Oder was passiert? Nein, aber so Faktoren, die was ja den Dominieren machen. Ja, Angst. Früher hast du immer gesagt, boah, heute haben wir so viel Reservierte und so viel Reservierte und jetzt bin ich so Bullshit. Wir sind jeden Tag voll, Gott sei Dank, perfekt. Es braucht nicht noch Reservierungen gefragt werden, interessiert wirklich keinen. Ich gehe kurz raus schauen. Ist ein großer Tisch, oder nicht? Das ist das einzig Interessante. Aber die Anzahl, jetzt jemanden nervös zu machen, vorher zu sagen, boah, jetzt haben wir so voll und heute wird wieder so stressig, das passiert nicht mehr. Das passiert nicht mehr. Also unnötig Stress reinbringen in einer Situation, die ja dann sowieso stressig wird, hat null Sinn. Das ist wie Benzin ins Feuergessen. Jetzt war ja die Frage, wie bringt man die Information dann auch zum Gast? Der eine Faktor ist jetzt, wie wir gelernt haben, und auch ein neues Wort, in dem wir alle miteinander gechillte Bays haben. Wie schafft man dann die Information? Geht es ja gemeinsam dann zum Lieferanten, oder wie geht die Fachinformation an sich? Also wie in einer Kühe tun wir es leichter, weil wir mit den Dienstzeiten besser händeln können. Da nimmst du dich wirklich mit, so wie mit meinem Stellvertreter, mit meinem Suchchef. Selbst im Winter, wenn er ab und zu da war oder was, dann fährst du zum Bauern, legst draußen beim Bauern noch das Kalb, frierst das weg, weil du einfach das im Sommer erst brauchst. Das sind auch so Sachen. Sag ich was dazu. Du nimmst andere Leute mit, du erklärst ihnen, was was ist. Es gibt der Markus zum Beispiel, der Restaurantleiter, das kenne ich, ja keine Ahnung, 18 Jahre, 19 Jahre, das ist schon, das ist wie blind. Der weiß, was gekocht wird, der weiß, wie was zubereitet wird, der erklärt das denen am Abend vom Service. Wenn sie wirklich dann spezielle Fragen haben oder er was nicht kennt, wenn ich irgendwas Neues gefunden habe, dann erklärst du es ihm und er erklärt es ihnen. Also es gibt, ihr habt es einfach am Floor und ihr habt es einfach eine lange Betrieung. So ist es, es gibt eine Menübesprechung und das funktioniert einfach wirklich gut. Weil es etablierte Strukturen auf einen Eindruck fällt. Und man muss ein bisschen eine Struktur und eine Hierarchie, nein, eine Struktur, das habe ich vorher gesagt, dass man es ein bisschen verschwimmen sollte, nennen wir es eine Hierarchie. Das muss ein bisschen vorhanden bleiben. Es sind nicht alles, du kannst nicht alles Indianer-Häuptlinge haben, sondern du brauchst ein paar Squas und Indianer. Ja, du warst ja auch mal Indianer. Ich war einmal ein Squas. Ein Squas, ja. Aber warum ist es überhaupt wichtig, dass die Menschen, in dem Fall eure Gäste, wissen, was sie da essen? War einem das nicht früher egal und ist einem das heute nicht weniger egal? Hauptsache, es schmeckt. Ja, ja, das ist aber, glaube ich, das Umdenken in der ganzen Generation, also in der ganzen Lage, auch durch Corona, dass die Leute einfach die Chance hätten, sich ein bisschen mehr mit dem Thema Lebensmittel zu befassen. Gott sei Dank kommt jetzt dann eh das mit der Lebensmittel- Kennzeichnung. Gott sei Dank. Gott sei Dank, ja. Du sagst Gott sei Dank. Warum? Ja, ja. Weil ich finde, dass die Leute wirklich wissen sollten, wo sie in der Ressort herkommen, wo sie essen. Dann würden sich manche Leute wirklich anschauen. Wie oft fragt man jetzt? Das ist in Bezug zu dem, weil du gefragt hast wegen Gast. Ich erkläre ihm gern, wo das Fleisch herkommt. Nichts zum Verbergen. Alles nachvollziehbar. Aber wie oft fragt er denn dann auch aktiv? Nennen wir es proaktiv. Wir schreiben dazu, von wo es ist. Und ich weiß nicht, ob es ihm egal ist oder nicht. Ich kann es schwer, ich rede jetzt nicht mit jedem Gast. Aber ich merke, ich merke, dass Gäste, wenn sie zu uns kommen, sehr wohl wissen, was sie kriegen. Und ich glaube, dass das schon auch... Und deswegen fragt es nicht, glaubst du? Aktiv, proaktiv? Ja, genau. Fragt wird wenig, oder? Genau, ja. Es wird wenig gefragt, ja. Würdest du dir mehr wünschen? Oder der Markus in dem Fall, weil er quasi die Fragen hat? Nein, ich glaube, der Markus erklärt das denen perfekt. Ich glaube, dass deswegen keine Fragen aufkommen. Also der ist auch schon proaktiv quasi. Er geht jetzt auch ganz anders auf einen Gast als noch vor zehn Jahren, hundertprozentig. Weil da einfach du nicht dieser Getriebene bist, der auf Birgen und Brechen Umsatz bringen muss, sondern dass du wirklich auch die Zeit nehmen solltest für einen Gast, immer zum Erklären, was er da jetzt überhaupt kriegt, weil wir sind auch in einer Preisklasse, die dann schon was kostet. und nur Essen außer Knollen Teires, wo der Gast sich nichts dabei denkt, ich weiß nicht. Also ist nicht mal mehr Anspruch. An mich selber, jetzt für mich. Ich mag es ihnen irgendwas geben, was ihnen schmeckt, was jetzt vielleicht ein bisschen einen Hintergedanken hat. Das ist ein guter Punkt jetzt, wo wir vielleicht ein bisschen rüberhüpfen zum nächsten Block. Den ich jetzt irgendwie gerne einleiten würde mit dem eigenen Stil. Du hast das vorher schon ein bisschen gehabt, man muss so seinen Stil dann finden. Stil, ihr habt es zwei Hauben, da kommen die Bewertung auch noch ein bisschen rein. Wie erarbeitet man sich denn seinen eigenen Stil? Was ist denn das? Kocht es nicht nach einem Rezept? Schon. Ja. Wo ist dann das? Das ist jetzt zum Beispiel wieder das, wenn du ein gutes Verhältnis mit deinen Leuten hast. Ich bin nicht so, dass ich sage, jetzt machen wir genau das, das, das. Sondern eher wieder proaktiv, dass man sagt, ey, wie habt ihr denn ihr das gemacht? Oder was hast du schon gesehen? Oder magst du das einmal machen? Und so kommen die Sachen auch zusammen. Ich weiß schon, wie man, ich weiß, in was für eine Richtung das gehen muss. Ich bin aber jetzt nicht der, die Rande sagt, nein, wir fahren jetzt genau das, das tun wir sicher nicht. Also wir fahren links und rechts in einen gewissen Bereich, wo wir sagen, okay, das könnte passen. Dann probiert man das, es funktioniert, dann machen wir das. Also es ist ja für sie leichter. Es bringt mir ja nichts, wenn ich jeden Tag alles vorgebe, einen Zettel umgelege und so. Genau so machen wir das. Achso, du meinst das, okay, was ihr kocht, ja? Ja, genau. Aber man sagt ja immer, der Koch hat einen eigenen Stil. Der eigene Stil. Dann kochst du das Gemüse ein bisschen wacher oder was ist das, was man damit eigentlich immer mahnt? Wenn du so meinst, der eigene Stil. Man hört das aber immer, der hat einen Stil geprägt und entwickelt und mit seinem Stil hat er das und das geschafft. Was ist das? Wenn du jemanden kennst, der die Antwort hat, schick ihn vorbei. Also ich schreibe mir alle drüber, wenn irgendwer die Antwort haben. Tinte und Papier ist geduldig. Schreiben kann ich viel. Ich weiß es nicht. Ich kann dir die Frage jetzt nicht einmal sagen, was dein eigener Stil ist. Hast du einen aus deiner Sicht? Wo du sagst, dass das Koch, daran erkennt man, dass ich das gekocht habe. Wahrscheinlich, nicht? Ja. Ist das eher scharf oder eher würzig, gilt, verspült oder... Dass es nach dem schmeckt, was es ist. Puristisch. Ein anderer wird puristisch sagen. Ich sage das ist einfach... Ja. Ich kann das... Also du könntest jetzt die Frage nach deinen neuen Stil... Ich kann dir diesen Stil gar nicht sagen. Ein anderer hat gesagt, es ist leicht würzig, ein bisschen asiatisch angekocht. Tot und Teufel. Nein. Ich koche das, was mir Spaß macht. Schaue, dass das Produkt so schmeckt, wie es schmecken soll. Was macht dir denn Spaß? Alles. Nein, mittlerweile alles. Irgendwas Besonderes? Irgendwas Besonderes, was mir Spaß macht. Was du jetzt sagst, das ist so für die Träne. Das kochst du am liebsten. Die haben uns gar nicht aufgelegt. Das kochst du am liebsten. Ja. Schnitzel. Nein. Was Neues. Ja? Ja. Was Neues. Einfach, wenn irgendwas ist, was ich noch nicht gesehen habe oder was ich mit noch nicht gearbeitet habe, was ich irgendwo herkriegen könnte, das macht... Es ist schwer zu beschreiben. Es ist echt schwer zu beschreiben. Ich würde sagen, die letzten Jahre machen einfach Spaß zum Kuh. Das ist der Stil. Ist das auch so in der 5-6-Jahr-Perspektive oder sowas? Es ist auf jeden Fall wieder mehr Feier da als vor so 10 Jahren. Beruf neu entdeckt? Auch, ja. Und woran liegt es? An den Produkten, an den Produzenten? An dem ganzen Zugang. Das ist einfach die Möglichkeit. Leitzeit. Ja, an dem, dass du die Möglichkeit hast, dich mit ganz was anderem eigentlich auseinander zu setzen, als was die Standard-Gastronomie ist. Und das ist nicht mehr Standard, was wir da machen. Was ist ein Standard und was ist... Standard wäre, wenn die ÖKWs kommen und alles fix fertig wäre. Okay. Wie stolz bist du auf deine zwei Hauben? Und hast du da noch irgendwelche Gabeln und was sonst noch alles gibt? Wie wichtig ist denn das? Früher hat man immer noch dem gestrebt. Ja. Stern. Ja, Stern gibt es bei uns. Gibt es noch mal in den Ballungszentren in Österreich. Ja. Sie hört man stolz drauf. Aber man ist auch stolz drauf, wenn die Gäste öfter als einmal kommen und das jetzt nicht eine, wie soll man sagen, eine Momentaufnahme ist. Und ein Gott. Ja, das waren Gäste öfter, weil du siehst ja nicht direkt. Ich sehe die Reservierungsbücher, ich sehe das ja. Wir haben sehr viele Stammgäste. Es ist auch schön, wenn der Hotelgast, es ist auch so, bei uns das Hotel, wir haben kein Halbpensionsmenü. Das heißt, der Gast bucht zu dem Preis vom Zimmer noch einmal einen Menüpreis drauf. Und dann geht er erst essen. Das heißt, das ist wirklich. Und wenn der Gast Und sie kommen trotzdem wieder. Und sie kommen jeden Tag. Das heißt, du machst irgendwas richtig. Das ist eigentlich eine schöne Auszeichnung. Oder wenn du an die Rezeption gehst und der Gast draußen vorbeiläuft und sagt, heute war aber wirklich gut, danke. Das ist auch eine Auszeichnung. Würden sie auch ohne die Hauben kommen? Ja, definitiv. Das heißt, die Bedeutung der klassischen Bewertungsdinge ist nicht mehr so wichtig, wie... Es ist... Wie gesagt, es macht einen Stolz. Keine Frage. Aber komplett auf das ausgelegt, dass man jetzt Hauben kocht, Gobeln kocht, Tot und Teufel, das ist es nicht mehr. Ist es nicht mehr. Das hat auch damit zu tun, mit dem Umdenken, was für eine Produkte du kriegst. Es ist ein Unterschied. Es ist mit gewissen Produkten leichter, so eine Sachen zum Kochen, als mit anderen. Es ist aber sehr viel herausfordernder, damit Produkte von Bauern, dem Gast, ein gutes Essen zu machen, als wenn ich jetzt... Vergleichen wir es einmal. Ein geiles Kalbsbutterschnitzel ist wirklich mehr Aufwand, als ein Steak zum Braten. Ein Steak mit Beilagen kriegt die bessere Bewertung als ein Kalbsbutterschnitzel. Warum? Nur, weil es ein Steak ist. Ja, weil es mit hochwertiger... Was ein hochwertigeres Produkt ist. Aber das ist jetzt ein Blödsinn. Das hochwertigere Produkt ist das, was der Gast frisch am Teller hat. Oder das hochwertigste. Es ist... Wobei, Kalbsbutterschnitzel ist schon wirklich gut. Ja. Das ist schön. Du musst das einmal mit Reh probieren. Ich kriege gerade... Du musst das einmal mit Rehfaschierten probieren. Weißt du, wie toll? Das wird von einem Freund von mir direkt in der Nähe bei mir oben auf... Ist das ein Hochplateau. Wird geschossen. Dann sagt er, kriege ich ein WhatsApp. Brauchst du ein Reh? Ja, danke. Wird gebracht. Und geht schon... Und dann geht es schon dahin. Und dann gibt es einmal eine Rehkoelle mit einem Rücken und dann gibt es eine Kalbs... Eine Butterschnitzel vom Reh und dann schaust du dir auch an. Weil das ist noch einmal eine Nummer über Kolb. Und das sind diese Sachen. Deswegen Auszeichnung. Freilich. Jeder Mensch fühlt sich, aber ich brauche das nicht. Okay. Ich bin auch nicht der Typ, der aus der Türe rausgeht und sich das an die Fahne hängt. Ich bin auch nicht der Typ, der mit Sako durch Felden läuft und glaubt, ich bin was Besseres. Das tue ich nicht. Wenn ich irgendwo hingehe, ich freue mich drüber, wenn jemand zu mir sagt oder wenn er mich erkennt in meinem Outfit oder in der Motorrad-Kluft und sagt, gehst du mir aber richtig gut. Das freut mich genauso. Oder freut mich zum Teil sogar mehr, weil es Auge in Auge war. Und du siehst auch, wie er wirklich drüber denkt. Das andere ist eine Momentaufnahme, die toll ist, aber in einem Buch. Ich weiß nicht, wann er da war, wie oft er da war, was er sich dabei gedacht hat. Ich kann ihn nicht fragen. Aber den Gast, wenn er mal sagt, dass er gut war, kann ich fragen. Es gibt ja neben dieser klassischen Bewertungswelt noch die zweite, die im Internet, die Google-Bewertungen, die TripAdvisor-Rezensionen und wo du sonst auch noch Kritiken von Nutzern oder vermeintlichen Nutzern findest. Wie sehr bewegt euch denn das, was da drinnen steht, was dort geschrieben wird und wie nehmt ihr das vor? Auf das schauen wir mehr. Weil es zum Teil Bewertungen sein, entweder ist es aufs Hotel bezogen, über gewisse Plattformen und in der Anonymität ist es leichter, irgendwas zum Negativversatz umschreiben. Ich meine, man muss auf Holz klopfen, wir haben wirklich sehr wenig negative Bewertungen. Auch dem geschuldet, dass man das ein bisschen, wenn was passiert, muss es in dem Moment auch dann abgefangen werden. Das heißt, entweder servicetechnisch oder küchentechnisch. Aber wenn dann Bewertungen kommen, schaust du nicht die ganze Zeit drauf, wie toll du bist, sondern du schaust drauf, wo ist ein Kritikpunkt, wo kannst du irgendwas ansetzen, weil man ja trotzdem irgendwie besser werden will. Ich habe Zeiten gehabt, wo die Küche noch nicht reingebaut waren, da habe ich den Kühlschrank in einer Saison da gehabt und in der anderen da, einfach nur damit das was Neues ist. Und genauso ist es auch bei den Gerichten. Manchmal ist etwas dabei, was einfach früher gepasst hat, jetzt passt es nicht mehr, dann schreiben sie nach einem einen und dann tust du es wieder um. Nie Stuhlstand. Nie Stuhlstand. Das ist das Wichtigste. Wenn da jemand dauernd sagt, wie gut das ist oder es ist immer alles auf dem gleichen Platz, Stuhl. Also, und wenn Kritiken kommen und sie ist gerechtfertigt, jederzeit, übel auch was dazu lernen, kein Problem. Und das ist nicht nur meine Sichtweise, die richtige, oder unsere Sichtweise, die richtige. Es gibt andere Sichtweisen genauso. Da kann man sehr wohl drüber nachdenken. Wir überlegen uns auch sehr genau, wenn was passiert, wie kommunizierst du das? Es gibt, du kannst im Internet natürlich einen Text zurückschreiben, der sich gewaschen hat, verliert man meiner Ansicht nach das Gesicht oder man probiert sich, oder die andere Geschichte ist auch, ich brauche mich nicht entschuldigen, fällt etwas, wofür ich eigentlich stehe. Wenn es an dem Tag nicht gepasst hat, okay, sorry, sagen wir mal, was das war und dann schauen wir, dass ich es beim nächsten Mal anders mache. Aber man muss nicht zu grabe kriechen und Angst haben vor irgendeiner Bewertung. Das meine ich damit. Aber es lesen alle, es lesen auch deine Mitarbeiter im Service, alle. Jeder liest Bewertungen. Weil jeder, wo sind wir. Willst du da intern auch drüber ein bisschen diskutieren, arbeitest du das, weil mir war das gar nicht so bewusst, dass das ja für sämtliche Mitarbeiter, die sich mit dem Unternehmen identifizieren, dort arbeiten, wirklich dann, das ist ja eher eine Arbeit, was dann da richtig kommentiert wird. Positiv wie auch negativ. Es hat schon Sachen gegeben, wo wirklich dann persönlich angegriffen worden ist, wo du dann, Nomen werden sie vielleicht, haben sie keine geschrieben, aber du warst schon, intern warst, wer es war. Aber wenn dann so Sachen passieren, wo Hausnummer kleine, brinette Kölnerin mit der Brille hat das und das und das gesagt oder wir sind uns von oben herab behandelt worden und so, natürlich wird das dann angesprochen. Einmal am Montag gibt es immer ein Meeting und da wird auch über so eine Sachen geredet. Aber diese Sachen, die werden dann oft nur im Internet angesprochen, aber von Ort dann nicht, oder? Nein. Das ist sehr schade, hat auch wieder was damit zu tun, und dass die Leute heutzutage einfach Angst vor der Ehrlichkeit haben. Ich meine, kein Gefälltes, wenn er eine Kritik zu hören kriegt. Du hast zwar am Anfang gesagt, Ehrlichkeit, Kritikfähigkeit und Selbstbewusstsein. Ja. Da schließt ja der Geist ein auf. Es hat ja keiner Lust, Kritik von einem Menschen Auge in Auge gesagt zu kriegen. Ja, Angst davor ist auch zu äußern, weil der Angst hat, dass man eine negative Reaktion kriegt. Ja, oder Angst vor... Kenne ich von mir selber. Die meisten haben sich Angst vor einer Entscheidung generell. Aber wenn ich keine Entscheidung triff, dann werde ich immer noch mitschwimmen. Dann bin ich zwar lieb und nett, und ich sage das zu meinen Leuten auch immer, hey, ein Mensch braucht aber Ecken und Kanten, genauso wie er essen Ecken und Kanten. Es ist nicht alles immer rund. Manche sagen, es sind sauer, manche sagen, es sind salz, Zucker, ein Mensch ist auch so. Und ohne Ecken und Kanten geht es nicht, weil du bist ein Aal, dann kannst du irgendwo durchschlängeln im Leben, bringt aber nichts. Ist das jetzt eigentlich in der letzten kurzen Zeit, ist das besser, ist das weniger geworden, diese Rezensionen auf Google, ist das mehr geworden, ist das konstant, ist das jetzt gekommen, um zu bleiben oder nehmst du da Gekommen, um zu bleiben und mehr. Definitiv mehr. Das heißt, man muss auch lernen damit, das gehört fast schon ein bisschen zum Berufsbild dazu, damit auch umgehen können. Social Media gehört auch dazu. Auch zum Beruf, das Koch sind. Ja, normal müsste es jetzt einen Kurs Social Media machen, Bewertungstechniker oder Schreiber um das Ganze wirklich, es wird mehr, definitiv. Ist aber auch gut. Wie gesagt, das ist noch nicht ein Moment in einer Saison, sondern das sind ein paar Momente in einer Woche. Das heißt, okay, jetzt habe ich eine scheiß Woche gehabt, kann ich aber irgendwo schneller ansetzen, als wenn ich nur einen schlechten Tag im Jahr gehabt habe. Ja, wirklich. Das ist das. Das ist gut. Und man hört es ja auch an der Rezeption, wenn er eine Abreise ist oder was. Die werden ja gefragt. Hat alles gepasst. Und dann wird aber explizit auch nachgefragt, warum. Und dann hörst schon Sachen und sagst, okay, ja, stimmt. Das ist, und das wird mehr, definitiv. Ist auch viel einfacher. Und man muss auch, wie du sagst, schlangsam auch Kompetenzen aufbauen, auch in der Küche, im Service, etc. Wie kommuniziere ich auch richtig, damit ich dir da entsprechende Öffentlichkeitstauglicht, damit ich nicht immer das, wie sagt man, das Herz auf der Zunge trage in dem Moment. Ist mir auch schon öfters, früher öfters passiert, wusste einfach, wusste einfach, was ist eigentlich mit Eichwolle verkehrt. Da will ich dir erklären, dass das jetzt, keine Ahnung, du brotest das Steak und das ist perfekt Medium und sie erklärt dir, dass das alles falsch ist. Ja, okay. Damals hast du gesagt, was wüssten machen. Nein, ich kann sie heute nicht zufriedenstellen. Man wird weise mit der Zeit. Früher, da gibt es so Filme im Internet, so Hollywood-Filme, wo sie mit der Gobel rausgeht und ihm das Fleisch am Teller aufgedruckt und sagt, ja, das ist roh. Das war früher. Das war früher. Ja, ich arbeite noch an dieser An dir selber. Ja, Biancas Spitzname ist ja, quasi kann man ja schon fast sagen, Rebecca Frizante, weil der eigentlich zu ihr besser passen will. Bianca Blasl wirkt viel zu rund und gutmütig. Rebecca Frizante trifft eher. das schneiden wir auch nicht aus. Das bleibt auch drinnen. Aber, was ich jetzt noch, wir reden jetzt immer über das Essen und so und so. Wie wichtig ist denn alles, was jetzt nicht Lebensmittel ist für das Essen und für das Speiserlebnis des Gastes? Also, runde Teller, eckige Teller, Ding-Dang, alles, was man sich halt vorstellen kann, was jetzt nicht unbedingt zu essen soll. Ja, weil du vorher aufgesagt hast, das Essen ist wichtig, aber dann sitzt vielleicht der Gast beim Springbrunnen in drei Stunden und genießt auch die Atmosphäre, also was gehört wirklich alles dazu, zum Erlebnis. Weil du gerade Teller gesagt hast, das Wichtigste haben wir saubere Teller. Das heißt, die wichtigste Person eigentlich sind die Obwäscher. Ja. Stimmt wirklich. Also, definitiv, nehmen wir es jetzt nicht Obwäscher, nehmen wir es Systemerhalter. Wenn du keine saubere Empfahne, keinen sauberen Teller hast, funktioniert das nicht. Das heißt, da muss jeder Koch noch selber abwaschen gehen, was auch kein Problem ist. Gehört auch alles dazu. Um ein Essen überhaupt auf den Teller zu bringen, gehört viel Sorgen dazu. Erstens einmal Hygiene. Ist wirklich so, weil du vorher gesagt hast, wenn ein Koch drinnen ausschaut, als wie an den Haaren herbeigezogen, um es jetzt richtig nett auszudrücken. Und dann wird das nicht funktionieren. Ganz ehrlich. Wenn extrem, ich meine, eine gepflegte Äußeres gehört dazu. Ich mag da jetzt auch nicht so viel drauf eingehen, weil ich habe eine eigene Meinung. Aber ich finde zum Beispiel, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn sie sich die Hände tätowieren und mit allem drum und dran voll sein, Finger komplett schwarz tätowiert und irgendwas steht drauf und dann fängt er da zum Arbeiten an. Und wenn ich sowas sehe, ist es für mich nicht appetitlich. Aber gehört das nicht zum Fernsehen? Wenn du ins Fernsehen musst, musst du dann wieder tätowieren lassen, oder? Ja, es hat einmal angeblich gesagt, entweder bist du Fernsehkoch oder bist du Koch. Ja. Du hast dahingestellt und man kann Bades sein. Aber der Spruch war gut und das war jetzt kein Österreicher, der das gesagt hat. Die Atmosphärigkeit dazu, dann Teller. Ja. Gibt es ein Datz-Diskutieren? Ecke, Grund, Farbe? Nein. Flach? Nein. Wichtig ist genug. Genug. Wichtig ist genug. Teller gibt es eigentlich überall zu wenig. Aber wichtig ist genug. Nein, die Farbe und so. Natürlich gibt es manche Sachen, die besser auf weiß ausschauen und manche gibt es Sachen, da ist es wurscht, ob das jetzt Terracotta oder blau ist. Man redet schon drüber vom Abend-Service, ja. aber nein, es gehört alles dazu, es gehört die Tischdekoration, wie aufgelegt ist. Das ist ein Prozess. Es fängt schon an, wenn ein Gast bei der Tee hinzukommt und von Markus oder von einem anderen Kollegen zum Tisch begleitet wird. Wenn der drüben nicht gefragt wird, ob er ein Aperitif haben will, dann fängt eigentlich das ganze Essen schon an und hat eigentlich mit uns noch gar nichts zu tun, leisten die draußen eigentlich schon die Arbeit. So ist es. So muss man sagen, es ist so. Weil wenn der Wein warm oder kalt ist bei gewissen Sachen oder ob der Aperitif nicht schmeckt, dann geht die Reise los. Und meistens ist es immer so, das ist so ein merferes Gesetz, wenn bei einem Tisch irgendwas von Anfang an nicht funktioniert, dann funktioniert es den ganzen Abend nicht. Das ist wirklich so, das kriegst du auch nicht raus. Dann hast du meistens irgendwas drin, weil du dann probierst, noch genauer zu machen und noch besser und das ist alles Bullshit. Mach einfach das, was kannst, so wie wir es immer machen und nicht über und rüber probieren, weil dann geht es in die Hosen. Das ist auch so eine Quintessenz, was man aus die Jahre hat. Früher hat man gesagt, das ist der und der und der Promi und dort und VIP und Top-VIP. Ich habe gesagt, hört auf mit dem Scheiß. Ein Fuchziger ist ein Fuchziger. Sind alle gleich. Ob der Fuchziger von einem Maurer kommt oder von einem Politiker, ist komplett wurscht. Das ist ein Mensch da draußen und der will Spaß haben. Fertig, aus. Und mir ist das vollkommen egal, wer da draußen sitzt. Ich lasse auch nichts mehr aufschreiben auf eine Bones. Ich habe auch eine Lange schon immer. Dass man Stress noch macht. Dabei ist noch einmal extra Druck gemacht. Und wir haben genug Leute da sitzen, vorne, also im ganzen Ressort, hört sich gut an, im ganzen Ressort. Ressort, ja. Ja, ist ja Strand, dort, dort, vorne, hinten. sind genug bekannte Leute, Promis, Fußballer, Radlfahrer, wurscht was. Aber der will ja auch sehr Ruhe haben. Eben. Da sitzt der Hadaway hinten drin bei uns als Gast. Meinst du, dass es den interessiert, dass jetzt die ganze Zeit jemand aufsteht und den Mann hat auch gerade gefragt. Der reserviert, aber nicht unter dem Namen, sondern unter seinem Bürgerlichen. Genau. Und dass ihm dann jeder noch extra tatschelt. Ja, genau. Das heißt, einfach nicht so, nicht für die Leute extra Theater machen. Aber es ist, glaube ich, auch wieder so ein Wandel, den du wahrscheinlich auch mitgemacht hast, also auch dieser Wechsel, diesen Druck ein bisschen auszunehmen aus allem, oder? Ja. Das ist so, das Fintessens halt auch ein bisschen so, an gewissen Dingen ist ein anderer, Brühen aufgesetzt. Es ist so, es bringt ja nichts, alles nur mit Druck machen zum Wohl, weil dann wird es nicht funktionieren. Ja. Das wird nicht. Weil, ich mag nicht mehr mit Leuten reden, die zu mir sagen, ich muss, ich muss gar nichts. Ich will, aber ich muss nicht. Wenn einer gesagt, und du musst, das, 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 nein. Das endet dann wieder, ich muss wollen. Nein, nein, das ist dann eine falsche Anfrage. Es tut mir leid. Wir können gerne über das reden, aber ich will das machen. und das hat auch jahrelang gedauert, bis du einmal drauf kommst. Aber das sind dann die Sachen, mit denen wächst. Ich glaube, das ist nicht nur das Alter, das ist dann auch wirklich eine Einstellungssache. Die meisten brauchen den Druck, damit sie funktionieren. Glauben sie, das ist ein Blödsinn. Weil dann geht er heim und da braucht er ein bisschen mehr als nur ein Bierchen. Ja, jetzt hast du, jetzt sagst du ja ganz, du wirst ja auch schon auf so viele Sachen drauf kommen, mit fortgeschrittenen Lebenserfahrungen und so weiter. Ich würde gerne kurz fragen, was aus deiner Sicht, vielleicht hast du das jetzt erkannt, was ist denn das Typische an der österreichischen Küche, um jetzt da wieder ein bisschen in die Küche reinzukommen, was wäre denn die typische österreichische Küche und gibt es da auch irgendwelche Modernisierungsschritte? Ja, typisch österreichische Küche. Man kann gebackene Holunderblüt mit Vanille-Eis in ein, zwei Hauben Lokal so verkaufen, dass jeder isst und sich dankbar fühlt, weil du es eigentlich nirgends mehr wogkriegst. Du musst halt ein bisschen selber Zeit investieren und die zuerst brocken gehen. Du kannst jedes Gericht von allem, ich muss ja nicht immer noch Tafelspitz verkaufen, das ist österreichisch, das hört sich jetzt blöd an, aber alles, was in Österreich produziert wird, ist ja österreichische Küche. Ich kann ja aus allem was machen, ob das jetzt Karotten ist, ein Leber, keine Ahnung, ein Bayeret oder wurscht was. Nur, ich glaube, wir unterscheiden uns indem, dass wir einfach ein bisschen deftiger kochen, also nicht jetzt wir als Betrieb, sondern generell die österreichischen Kühe. und die Modernisierung ist, dass man da ein bisschen nach unten geht, loka. Deftige Leid. Deftige Leid, ja. Das Ohrgerauten. Also so richtig, so richtig extrem herzhaft im Gasthausjahr, sonst wird es etwas schwieriger. Es gibt ja immer wieder so Bestrebungen und Organisationen, die halt versuchen ein bisschen rauszuarbeiten, die Alpen im Vordergrund stehen oder das Wasser oder sonst was, irgendwie rauszuarbeiten, was ist jetzt das österreichische, das Ding. Ihr seht jetzt seinen Gesichtsausdruck nicht, du bist da eher skeptisch. Diplomatisch ausgedrückt. Die Suche, glaubst du, bleibt erfolglos? Was ist österreichisch? Was zeich? Ja. Kaiserschmoren und Wienerschnitzel, das sind ja Klassiker, glaube ich. Das ist ja, und ob das die Alpen sind, wo irgendein Kraut wächst oder ob das der Fisch, keine Ahnung, aus dem Wörthersee ist oder aus dem Attersee oder was. Ich weiß nicht. Ich komme mit diesen Begriffe für mich selber, wirklich nur für mich persönlich, zu Anfang. Genauso wenig, wie wenn einer die ganze Zeit gesagt, das ist mediterran oder im Umkreis von dort und da und hin und her oder regional. Was ist regional? Ja gut, das Fassel machen wir jetzt nicht auf, weil so viel sein haben wir nicht. Besser nicht. Aber machen wir lieber das Fassel auf, nachdem wir jetzt quasi die Gegenwart ein bisschen besprochen haben, die Zukunft der Gastronomie. Ein bisschen auch das Thema Trends, du hast das vorher schon gesagt, das Convenience wirst du eher wieder rauskommen. Ich habe jetzt mitgekriegt schon, aus meiner Tätigkeit heraus, es gibt diese Trends, dass aufgrund des Personalmangels und aus den Leitfällen, dass gerade auch im Premium-Bereich dieses Thema High Convenience, Elevated Convenience, wo quasi Hauptniveau vorproduziert wird, sowit und was weiß ich, was es da da gibt. Wie schätzt du das ein? Das gibt es schon jahrelang. Ja. Das sind auch wirklich Produkte, die absolut ihre Berechtigung haben. Wenn jemand keine Leit hat, irgendwo muss er was zum Essen machen oder er muss zumachen. Ich glaube, das mit der Convenience, das liegt wirklich nur an dem, wenn du kein Personal hast, dann brauchst du das. Weil sonst ist es eine Existenzangst vom Unternehmer, weil er muss ja dann zumachen. Ja. Weil wenn ich nichts kriege, nichts Valides, was soll ich denn damit tun? Ja. Das ist ja, ich muss ja irgendwie was bedienen, sonst muss ich zumachen. Aber ich glaube, dass das die nächsten fünf Jahre noch sehr herausfordernd werden. Ja, weil? Inwiefern? Kein Personal, das durch Corona definitiv auch noch ist. Jetzt ist ja alles noch hinten geschoben gewesen, 5% Mehrwertsteuer und das ist alles nett und schön, aber die Rechnungen müssen auch irgendwann gezahlt werden und die Rechnungen werden zum Zollen sein. Und wenn ich kein Personal habe, weniger Umsatz habe und die Rechnungen noch zahlen muss von vor zwei Jahren, das wäre sicherlich noch ein herausforderndes 22, 23. Also das heißt, die nächsten Jahre sind generell schwer, aber dann darüber hinaus. Wo siehst du da die Entwicklung? Ja, die Entwicklung geht auf jeden Fall in Richtung Trends Bauern, hundertprozentig. Bauern. Bauern. Auch, jetzt sagen wir mal so in der Mittelschicht. Überall. Okay. Überall. Weil auch die Bauern mittlerweile mitgekriegt haben, dass wenn sie die Böden anders bewirtschaften, wenn sie ein bisschen auf Menge gehen, dass sie eigentlich alles liefern können. Weil früher haben sie gesagt, vom Bauern kannst du nichts kaufen, der hat keine Menge. Damals habe ich gedacht, ist heute Stock der größte Plätzchen. Der größte Plätzchen. Weil, wenn man ein ganzes Hotel plus das Alacate, plus das Bistro mit Salat aus der Umgebung und jetzt rede ich wirklich Umgebung, weil er seinen acht Kilometer bedienen kann, dann ist die DT sich einmal komplett hinterlegt. Also empirisch und widerlegt. Komplett widerlegt. Das ist einfach Lug und Druck. Dann habe ich halt jetzt da einen, dann habe ich noch einen und noch einen, dann habe ich halt vier Bauern. Ist mehr Aufwand für einen Küchenchef, aber im Endeffekt kriegst du dann wirklich das her. Was meinst du, warum fängt der Pillar mit seinen blöden Boxen an? Ich bin kein Freund davon. Boxen? Diese Lebensmittelboxen, diese Bauernboxen. Ah, die Direktvermarktungsboxen. Ja. Oder die Selbstbedienungs... Meiner Ansicht nach die größte Frechheit. Das haben sie nur gemacht, weil sie gesehen haben, dass bei den Bauern mit seinen Bauernboxen funktioniert hat, wo sie sich aufgestellt haben und wollten einfach da am Land ein bisschen wieder einen Fuhrseine kriegen, weil sie einfach gemerkt haben, dass die Bauern ein Umdenken haben und gesehen haben, hey, wenn wir uns zusammen tun, Milch, Fleisch, Getreide, Eier, Kartoffeln, kann ich ein ganzes Menü kochen. Vorher hat es keinen interessiert. Jetzt auf einmal wollen sie alle wieder zu, aber das ist das Umdenken. Aber ist auch ein Zeichen dafür, ich meine gut, der Handel würde Geld machen, wertfrei hätte ich einmal zu sagen, aber ist auch ein Zeichen, dass dort eine Veränderung stattfindet. Dort, wo sie nicht einsteigen ist, tut sie auch nichts. Und diese Veränderung, die findet da in der Gastronomie statt. Das merkst du auch beim Einkaufsverhalten von Küchen oder halt. Du merkst es. Ja. Du siehst, wer wo steht, welches Auto, welchen Lieferanten und und und. Und das ist nachher schon schön. Wir waren, Gott sei Dank, bei ein paar wirklich Vorreiter, ich habe das Glück, dass er mir noch Ware liefert. Die haben schon keine Ware mehr zum Liefern. Die haben keine Ware mehr, weil irgendwann ist einmal aus und dann musst du halt auch sagen, okay, passt, was will ich, will ich, weiß Gott wie viele Mitarbeiter einstellen, damit ich alle bedienen kann oder mache ich das, was mir Spaß macht, was meine Ideologie eigentlich war und sage, jetzt ist genug oder es ist eh schon zu viel und ich muss wieder ein bisschen zurück und dann funktioniert es, so wird es nicht gehen. Aber das ist der ehrlichste Weg, glaube ich, dann die Produkte an den Mann zu bringen. Also ganz klar, Lieferantenfokus siehst du in der Zukunft. Definitiv. Von den Speisen selbst her dann wieder mehr regional, weil Lieferanten ja auch regional sind oder gehen Lieferanten dann wieder international oder sagt man da man darf sich nicht so einsperren lassen. Ich kaufe trotzdem Sachen von überall her. Ich kaufe einfach ein gutes Produkt. Das steht im Vordergrund. Man kauft oder zumindest wir machen es nicht mehr. Ich kaufe kein TK-Fisch. Ich habe glaube, ich weiß nicht, man hat das letzte Mal einen TK-Fisch gekauft. IK ist tiefkühlt für alle diese Fragen. Ich wisse das gar nicht. Natürlich, ab und zu kaufst du einmal ein Kabeljahr oder einen Heilput. Aber das ist einfach nur um das Sortiment einmal ein bisschen breiter zu gestalten, dass du nicht immer die gleichen Sachen hast. Im Endeffekt arbeiten wir mit 8, 9 verschiedenen Fische, die wir einfach durchtauschen. Das geht auch, weil die Gästeschicht mittlerweile bei einer Buchung ist von 3,2 oder 3,4 Tag Durchschnitt. Das heißt, es wechselt relativ schnell. Da können es theoretisch immer wieder andere Gerichte, also das gleiche Grundprodukt mit anderen Beilagen können das theoretisch immer wieder ausrollen. Hat aber auch keinen Sinn, weil der Fischer hat auch nur manche Sachen so und dann kriegst du einmal das, einmal das und so holst du halt das einfach zu. Es wird einfach viel mehr Teamwork sein und das merkst du jetzt auch bei den Lieferanten. Die sind viel mehr eingebunden. Das ist nicht einfach irgendeiner, der daherkommt und da was verkaufen will, sondern das ist jemand, mit dem du so wie gestern am Nachmittag genauso deine Freizeit verbringst, mit ihm ein Bier trinkst und da über das redest und der dann sagt, morgen werden wir wieder stechen, Ende der Woche kannst du das haben oder in zwei Wochen kannst du das haben. Das ist einfach so so, dass du viel mehr Leute mittlerweile in einen Prozess einbindest, um den Gast draußen beim Springbohnen das schmackhaft dazu machen. Jetzt machen wir es wieder eigentlich komplizierter, weil wieder viel mehr Leute drinnen sind. Jetzt haben wir versucht quasi über Standardisierung, Prozessoptimierung, was auch immer, möglichst alles einfach und dadurch auch günstiger zu machen. Jetzt holen wir uns da wieder eine gewisse Komplexität, wenn wir so wie rein. Ich würde gerade eine Frage einleiten. Jetzt haben wir aber diese Trends Digitalisierung, das fragen wir jetzt immer, Digitalisierung, Automatisierung, wo wir sich dann auch wieder Zeiten sporten und wo es vielleicht Schritte gibt, die unnötig geworden sind, weil wir sich jetzt auch durch eine Maschine ersetzen können. Ich sage jetzt, was ich sehe, wie heißt der Kitchen, nicht die Maschine, was jetzt... KitchenAid. Nein, ich meine diesen Thermomix haben wir ganz viel und so weiter. Wo siehst du auch die Auswirkungen von eben von Digitalisierung, Automatisierung, was kann man in der Küche schon mit einer App machen? Du hast dann die Arbeit auch wieder erleichtert. Wir haben ein Gerät drin, ich kann mit der App, wenn ich einsteige, wenn ich merke, es würde zu heiß werden, kann ich daheim über die App theoretisch das Gerät abschalten. Das ist so wie ein Notstopp. Thermomix, ja... Hat man genauso wie ein Parko-Chat, aber ich verstehe nicht, wenn ich ab und zu sehe, ich habe ein Brot gebrochen mit einem Thermomix. Ja, okay. Aber so generell in der Küche, die jetzt Gastronomie oder Hotellerie ist, was wird digitaler und was geht eigentlich eher so, wie du beschreibst, wieder zurück. Wieder hat man mir, dass es früher auch schon gut war. Ich wollte nur sagen, nein, das ist ein bisschen Idealismus auch, dass man mit den Bauern arbeitet. Das ist vielleicht dann ein bisschen selbst Druck auferlegen, weil ich könnte mir das schon leichter machen, aber ich will es mir nicht leichter machen, weil es einfach so schöner ist. Das dazu, also von wegen komplex. Ich brauche keinen riesen Tiefkühlbogen, der, was man irgendwas bringt. Jetzt geht es ein. Thema App, ja. App oder Maschinen oder was auch immer. Gibt es da was? Du hast schon Sachen drin, die, was dir die Arbeitsschritte erleichtern, die, was, wenn du die meisten mit zu weit, die Zeit ist jetzt mittlerweile eh schon wieder vorbei, weil so vakuumierte Sachen, vakuumierter Schweinsbauch und so, muss jeder selber wissen, ob er gern hat. Ich habe es gern, wenn es ein bisschen ist hat. Erstens das und zweitens eine Rösterromen aus einer alten Pfand vielleicht noch am besten. Also so wie bei der Oma. Gut abgewaschenen alten Pfand. Aus einer perfekt abgewaschenen alten Pfand. Aber die, wo es einfach, wo es, weißt du, einfach die Arbeit der Jahrhunderte quasi schon in der Pfand drin ist. Ja, es ist klar, warum es in eine Sackel gekommen ist. Weil es einfach Arbeitserleichterung war. Oder das mit der, es wird alles auf Gerntemperatur auf Kern schon, Kerntemperatur alles geschoben. Hey, du brauchst ja nicht einmal mehr irgendwas, du brauchst kein Gefühl mehr haben. Früher hast du noch gelernt, dass du irgendwie zum Greifen hast am Daumen. Medium oder Medium. Das brauchst du heute alles nicht mehr. Du steckst die Nadelleine und wartest. Das war's. Schaust einfach, dass alles gleich geschnitten ist oder du lässt es da schneiden. Standardisieren wieder. Ja, genau. Oder du lässt es da schneiden und dann brauchst du nur eins reinstecken. Und das ist halt, ja, wenn es einem gefällt. Die Geräte hat man, aber man braucht das nicht. Ich brauche ja einen Schweinsbraten im Rohr, nicht einen Kerntemperaturfühler eine und 75 Grad oder was auch immer. Okay. Das ist alles ein Blödsinn. Spannend. Das heißt, gewisse Dinge sind möglich, aber nicht nötig. So ist es. Gibt es auch irgendwelche Dinge, die möglich sind, aber inzwischen unnötig worden sind? Was man sich auch irgendwie... Ja, Vakumsacken. Vakumsacken. Also so wie definitiv meiner Ansicht noch unnötig. Okay. Gibt es andere große Trends, die jetzt oder Trends, die sich anbahnen, die jetzt gerade in der Ding kommen? Der Trend ist jetzt so wie du vorher gesagt hast, von den Bergen regional, bio, jeder probiert jetzt da halt mitschwimmen nicht und das ist dann die Frage, was ist wirklich noch regional, bio? Kriegst du es wirklich da her oder schreibst es nur auf die Karten? Das ist so ein bisschen die neue nordische Küche umgelegt auf Österreich, weil wir mehr Berg haben. Genau so ist es. Natürlich, ich sage da ganz ehrlich, wir gehen genauso in den Wald. Ich hole mir meine Fichtenbipferl beziehungsweise lasse ich von der Mutter klauben, weil... Hast du auch Mose und so? Ich bin nicht so, der Freund schmeckt nicht so. Okay. Habe ich probiert, es ist... Vielleicht kann ich es auch nicht machen. Vielleicht kommt noch irgendwann einmal ein Koch, der was... Aber kannst du noch lernen, so alt bist du auch noch nicht. Nein, nein, vielleicht kommt auch noch der, was man zeigt, wie man mit Mose und Flechten und Rinden noch irgendwas macht. Ob man es braucht, Zeit dahingestellt, aber nein, wir schauen genauso und da bei den Zeiten, also wenn sie am Nachmittag frei haben, also die Mitarbeiter, dann sage ich, wisst du was, kommt auf zu mir, gehen wir in den Wald, dann könntest du einen Spritzer trinken, dann gehen wir wieder arbeiten, in den Wald draußen, schaust du da mal, was es wirklich gibt. Und könnt ihr das ja probieren auch in der Küche, ein bisschen testen, experimentieren und so? Ja, freilich. Nehmt ihr euch da extra Zeit oder macht ihr das nebenbei? Im Prozess. Im Prozess. Deswegen sage ich, es sind Mose Sachen auch für einen Gast, die sind sicher nicht perfekt gekocht. Definitiv nicht. Aber sie sind wirklich sehr gut gekocht und ehrlich gekocht. Ob das dann jetzt immer schmeckt und immer passt, ich weiß nicht, ich bin nicht der Typ, der drei Wochen oder einen Monat auf irgendein Gericht um ein Dumm tüftelt, ob das jetzt perfekt ist oder nicht und dann bleibt es die ganze Saison auf der Karte. Das ist vielleicht nicht mein Stil, dass man sagt, okay, ich bin lieber so, ich koche jeden Tag frisch. Also nicht so auf 100 Prozent, ich glaube sowieso, dass es mit den letzten 10 Prozent dann eh nicht mehr schmeckt. Das ist dann eher vom Künstler für den Künstler, was oft so ist. Die Kunst der Kunstwillen. Ich glaube, dass es der Gast schmeckt, ob das frisch ist, ob es dabei gedacht hat, ja, das tun wir genauso. Ob das dann immer 100 Prozent stimmig ist, nur weil es mir schmeckt, heißt das nicht, dass es einen anderen draußen schmecken muss. Aber wenn man zu viert das probiert und dann heißt es ja, okay, ist doch gut, ja, warum nicht, probieren wir es. Und dann kriegst du das Feedback von den Gästen und das ist dann eventuell manchmal im Internet drinnen, in einer Rezession oder face to face und dann kann ich sagen, hey, okay, das nächste Mal machen wir das ein bisschen anders. Wir lernen auch daraus. Haben wir das erste Mal probiert. Okay. Man darf auch keine Angst, um einen Fehler zu machen. Das ist das, was man sehen unten auch jeden Tag sagt. Trifft seine Entscheidung und wenn es falsch ist, lerne aus der Entscheidung oder aus dem Fehler. Wenn du es nicht lernst, und dann gehst du zum Biller und holst eine Kiste Bier und dann reden wir dann nach drüber. Und wenn du es dann noch nicht lernst, dann müssen wir schauen, ob wir vielleicht irgendwas finden, was du besser kannst. Genau. Frage zum Schluss. Jetzt, wenn wir dich ja kennenlernen, ein bisschen weißt, wie du arbeitest und wie du geworden bist über die Jahre und das ist eine Standardfrage eigentlich in vielen Interviews, sage ich schon, und wie viele Gespräche keine Interviews, furscht. Wenn du heute noch mal 15 wärst, würdest du dich mit dem, wenn du das unwissen würdest, was du heute weißt, würdest du dich wieder für den Beruf des Kochs entscheiden oder würdest du ganz was anderes tun? Definitiv, ja. Fix. Definitiv. Wir haben einen überzeugt mehr, wie statt das? Nein. Ziemlich. Wir haben das jetzt vor kurzem mit einer Küche auch gehabt, am Abend. Also während des Services ein bisschen Trash-Dog geht schon, wenn jetzt... Ja, Regeln sind da um... Ja, es sind ja trotzdem auch vier Mädels drin und so und dann kommst du halt ab und zu auf andere, was auch voll toll ist, dass man vier Mädels hier haben, wirklich super cool. In der Küche. Ist es sonst wahnsinnig männlich? Alles nur noch Männer. Echt? Ja. Ist nach wie vor die Männerdominierte Küche? Nein, jetzt ist es gemischt nicht. Nicht bei euch jetzt generell. Ja, ich glaube schon. Aber warum? Wenn man jetzt sexistisch wäre, würde man sagen, eine Frau hält den Druck nicht aus, was eigentlich aber so nicht stimmen kann. Das glaube ich nämlich, wenn ich an Familie wieder denke, also man steuert und kommt, also Druckresistenz, dass er den Männer hat. Wenn du den Druck einmal von daheim siehst, was eine Frau eigentlich aushalten muss mit einem Kind oder dann zwei oder drei, stelle ich mir lieber ab, werden oben zuher bis hin und schwimmen den ganzen Tag. Nein, ich bin froh darüber, dass es es wieder gibt. Ich sage ganz ehrlich, weil eine Frau viel subtiler ist beim Anrichten und zum Teil mehr Hingabe hat, was manche Sachen anbelangt und das ist einfach, es ist auch fürs Ganze leichter. Zu viel Testosteron hat keinen Sinn. Ja. Hat keinen Sinn. Schön durchmischen, passt. Es passt zu den restlichen Themen. Ich glaube, das Motto ist da wieder mehr Diversity, wie es so schön heißt oder die Vielfalt ein bisschen mehr reinzubringen, sei es jetzt... Bei den Lebensmitteln wie bei den Mitarbeitern. Genau. Genau. Jetzt die Frage ist, haben wir jetzt irgendwas vergessen zum Fragen, was du aber jetzt in deiner Rolle als Koch gerne noch losgeworden werde, wer reist oder was wichtig ist, dass die Leute da draußen über den Beruf des Kochs wissen sollten. Oder über dich. Über dich. Als Koch. Ich lade jeden gern herzlich ein, als er so bei uns zum Arbeiten. Kommt, kommt. Kommt, kommt. Nein. Nein, es ist... Wie gesagt, also, wenn jemand das gern macht oder wenn er generell einfach gern arbeitet, dann wird das Ganze funktionieren. Ist so. Da gibt es auch sonst nichts. Du kannst den Menschen nicht zwingen. Die Zeiten sind vorbei. Ja. Bianca. Ja, Willi. Du weißt, was kommt. Ja, ich darf meine Lieblingsfrage stellen. Und zwar, Thomas, wenn du könntest, in einer total utopischen Welt, wo du dir alles wünschen kannst, was würdest du denn ändern an unserem Lebensmittel- und Esssystem? An unserem Lebensmittel- und Esssystem? Ha. Ich würde mir wünschen, dass die Leute einmal ein bisschen mehr darüber nachdenken, wo die sollen herkommen. Und wer das Ganze produziert. Und dann auch diese Massen, dass das einfach nicht sein kann, wie du vorher besprochen hast, mit den Tieren. Also, wenn ich nicht komplett blauäugig durch die Welt laufe, dann muss das jedem klar sein, dass das nicht funktioniert, was wir da oft aufführen. Das geht nicht. Ich kann nicht jeden Tag immer alles haben und alles wollen. Ich kann nicht im Winter hinbekommen von irgendwo einfliegen, nur weil es lustig ist und um 1,99 Euro die Tassen die 250 Gramm verkaufen. Nur weil es jeder haben will oder weil sie glauben, dass es jeder braucht. Das würde ich mir wünschen, dass da einmal ein Umdenken stattfindet. Weil jetzt ist, heute ist der 12. Juli. Spätestens in zwei Wochen fangen die Verrückten wieder an, dass wir den Lebkuchen für Weihnachten ausatmen. Warum? Das sind genau diese Sachen. Das verstehe ich nicht. Dieses Getriebene, was da im Moment passiert, das würde ich mir wünschen, wenn das alles ein bisschen zurück zur Realität, dass sie einmal einen Bezug kriegen, dass sie einfach, wir haben das nicht im Überfluss und das kostet sehr viel Energie, dass das überhaupt im Überfluss da ist. und wenn sie einmal da ein bisschen überschalten, dann wird es besser. Das ist das. Du, Willi, du wolltest dann, du musst auch noch was fragen. Ja, das ist natürlich jetzt fast am spannendsten, den Koch zu fragen, was bei ihm zu Hause alles im Kühlschrank ist. Bei mir im Kühlschrank? Mhm. Jetzt hat die Frau einkauft wahrscheinlich nicht viel. Nein, wirklich, sie kauft wirklich wenig. Ich, ja, dafür einen vollen Garten mit allem drum und dran. Ah, ihr habt einen großen Garten. Wir haben einen großen Garten. Joghurt vom Markus, vom Vogler, wo du schon warst. Was haben wir noch? Heimischen Käse, Joghurt, selbstgemachter Speck. Selbstgemachter? Ja. Und dir selbstgemacht? Aha. Ich habe da eine nette Kooperation draußen auch mit den Bauern, dadurch, dass man auch privat befreundet ist, der stellt ein Schwein ein. Wir kriegen auch ganze Schwein, ich mache meinen eigenen Speck, habe meine Würstchen und ich kann meine Schweinsbraten machen und kann sagen, es ist von mir. Man lernt die auch kennenlernen. Das sind die Vorzüge. Das sind wirklich dann die Vorzüge, wenn man sich damit ein bisschen befasst, dass man Leid kennenlernt. Dass man Leid kennenlernt. Ich kann jedem empfehlen, kauft sich eine Tiefkühltruhe. Wenn das Fleisch fertig ist, ist es fertig. Da gibt es keine Diskussion, dass das Tier noch länger leben muss, darf. Und wenn ich eine Tiefkühltruhe habe und ich versorge das Ganze gescheit, habe ich mein eigenes Fleisch, meine eigenen Früchte, was ich einkoche und viel Obst, dadurch, dass wir Bäume haben, viel Früchte. Und im Kühlschrank noch? Im Kühlschrank. Bier. Wolltest du das hören? Er war extrem schockiert. Wir hatten den einen oder anderen Kandidaten, der kein Bier trinkt. Lieber fertig. Es tut mir leid. Es gibt jeden Tag ein Feierabendbier in der Küche. Milchprodukte, Speck und Bier. Was gibt es? Latella. Also Latella, die Molke. Es ist für die Kinder halt. Das ist halt was sie mögen. Extra Wurst. Milky, nein nicht, wie heißt das? Milkinis? Nein. Bei den Kindern geht man dann wieder beim Einkaufen dummste raus, oder? Wenn du sie am Anfang normal mit den Sachen heranführst, ist es sicherlich dann später leichter, weil wenn ihm bis acht Jahre alles verbieten würde, was Süßes anbelangt, dann wird er irgendwann durchgetragen. So kriegt er, kann er sich nehmen, hinten, die dürfen, wenn sie brav essen, zum Mittag können, alles. Und es wird frisch gekocht daheim. Das ist das Nächste. Also das ist auch etwas, was zum Teil wirklich komplett abhanden gekommen ist. Was mir ein Anliegen wäre, wenn die Leute haben, aber sich wieder ein bisschen mehr Zeit nehmen und die Sachen kochen. Weil dadurch lebt der Großhandel und der Mittelhandel und tot und Teufel. Kochst du auch an deinem vierten Tag zu Hause? Ja. Und da auch noch gern? Ich lasse mich aber auch gern bekochen. Also zweimal in der Woche, zweimal im Monat gehen wir gern zu einer Freundin in ein Gasthaus essen. Das tut man schon. Und den Rest, das tut man schon. Aber sonst wird gekocht. Und dafür gibt es einen Garten. Und wenn die Kinder mitkriegen, von Anfang an, wie die Sachen wirklich wachsen, dass es die Erdbeeren nicht im März gibt. Dass es das nicht gibt, weil im März ist noch 25 Zentimeter Schnee normalerweise. Bei uns. Dann kann das nicht sein. Und Gott sei Dank kann er jetzt schon lesen oder alle beide. Wenn er da liest Spanien, dann fragt er gar nicht mehr, was ich holen kann. Achso, dann schaut er schon. Ja, schaut er schon. Nein, es ist schön, weil er genau weiß, manche Sachen sind dann fertig, Leute, jetzt kommen gerade die Himbeeren. Passt. Und das schmecken am besten, wenn sie fertig sind. Und wenn die, sie stehen jeden, die Kleine ist jetzt drei, die steht jeden Tag davor und schaut, wie die Tomaten schön langsam werden. Schön. Und ein frisches Essenkuchen, gell, ist keine Hexerei. Ganz ehrlich nicht. Das sind 15, 20 Minuten der Zeit, die jeder aufwenden. Okay, für einen Koch ist es leichter. Sagen wir eine Stunde. Aber in einer Stunde schaffe ich Nudeln mit irgendeiner Soße und von mir so eine Mozzarella drauf oder einen Käse. Das schaffe ich in einer Stunde. Selbst das Ungelernte, weil Headstock gehen sie überall auf www.google.de oder YouTube und schauen sich den Plätzchen an. Würdest du irgendwann mal ein Kochbuch schreiben auch? Nein. Das ist nicht dein Ziel? Nein. Überall neue Ziele. Andere Ziele. Was hast du denn für Ziele? Möchtest du mit deinen Zielen enden? Mit meinen Zielen enden? Ja, meine Ziel. Ich kann auch sagen, was es ist. Weiterhin einen Spaß am Kuchen zu haben und nicht in fünf Jahren zu bereuen, dass ich irgendeine Zeit verschwindet habe. Also bist du das Heide-Til oder ist es hier nicht? Nein, ist es nicht. Also ich lebe mein Ziel im Moment. Du erlebst dein Ziel? Ja. Zurzeit surfe ich das Ganze ab. Und mit einer gechillten Base? Komplett. Komplett gechillt surfe ich dein Ziel ab. Und das ohne irgendwelche chemischen Substanzen, sondern wirklich nur mit einem guten Bier. Das war ein wunderschönes Schlusswort. Thomas, Eichenwald um noch einmal den ganzen Namen. Oder Eichwald. Das kannst du schneiden. Das schneiert auch noch. Ja, ist hier gar nicht gescheit. Du sollst es machen. Thomas, danke für das Gespräch. Hat uns sehr gefreut. Für dich. Servus. 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 Servus.